Abschnitt 1 von Furchtbare Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Furchtbare Rache von Nikolaj Vasiljevic Gogol Übersetzt von Kofi Zollen Abschnitt 1 Kapitel 1 Musik und Jauchzen klangen hell durch Kiews Vorstadt. Der Sohn des obersten Gorobets hielt Hochzeit. Viel Gäste waren da geladen. Ja, in der alten Zeit verstand man's noch, mit Lust zu schmausen und zu zechen. Verstand man es, so recht aus Herzensgrunde froh zu sein. Auf seinem braunen Gaule war der Kosak Mikitka zum Fest geeilt, geradewegs vom tollen Becherschwingen auf dem Perischleierfeld. Dort hatte er die Junker des Polackenkönigs durch sieben Tage und durch sieben Nächte mit rotem Beine freigehalten. Gekommen war auch des obersten Gorobets Blutsbruder, Danilu Buhlbasch, der seinen Hof zwischen den zwei Bergen drüben über dem Gnebber hatte, und mit ihm sein junges Weib, Frau Katharina, und der kleine Sohn, den sie ihm erst vor einem Jahr geboren. Die Gästeschar bewunderte Frau Katharinens weiße Haut, die dichten Brauen, so köstlich schwarz wie deutscher Samt, die Jacke aus dem feinsten Tuch, den Rock von blauer Seite, die Saffianstiefel mit den silbernen Hufeisen unter denen hacken. Erstaunlich aber fand es jeder, dass ihr alter Vater nicht mitgekommen war. Der hauste erst seit einem Jahre wieder drüben über dem Fluß. Vorher hatte er durch zwanzig und ein Jahr außer Landes geweiht und niemals Botschaft heimgeschickt. Da er die Tochter endlich wieder sah, war sie schon Herrn Danilos Weib und lag im ersten Wochenbett. Der Alte hätte mancherlei erzählen können, von Abenteuern und von Fahrten, leicht kann erzählen, wer so lange Zeit in fremden Ländern war. Dort ist es nicht wie hier. Dort lebt ein anderes Volk, das nicht einmal christliche Kirchen kennt. Aber nun war der Vater der Frau Katharina nicht zum Hochzeitsfest gekommen. Ein warmer Wirztrank aus Pflaumen und Rosinen wurde den Gästen aufgetischt, dazu aus großer Schüssel ein Hochzeitsbrot. Die Musikanten legten ihre Zimpeln, Geigen und Schellentrommeln für eine Weile weg und machten sich geeifrig über den Brotleib her, denn in denen waren Geldstücke für sie eingebacken. Bald aber wischten sich die jungen Frauen und die Mädel den Mund und stellten sich von Neuem in einer langen Reihe auf. Die Burschen stemmten flott die Fäuste in die Hüften und warfen kecke Blicke. Schon zuckten ihre Füße, um auf die Schönen zuzutanzen. Da trat der alte Oberst aus dem Haus. Er trug zwei heiligen Bilder in den Händen, mit denen wollte er dem jungen Paar den Segen geben. Die Bilder hatte er von einem frommen Büßer, der Vater Bartholomeus hieß. Sie waren schlicht gefasst und eingerahmt und prunkte nicht mit Gold noch Silber. Doch wer sie unter seinem Wache hatte, der war gefeit vor allen bösen Geistern. Der Oberst hob die Bilder und begann ein kurzes Gebet. Da schrie die Schar der Kinder, die stillvergnügt ihr Spiel am Boden trieb, erschrocken auf, und auch die Großen prallten jählings auseinander. Mitten im Kreis der Gäste stand ein Kosak, den keiner kannte. Er hatte vorhin den Kosakentanz so flott und so gelenkig aufgeführt, dass alle lachen mussten. Doch als der Oberst die geweihten Bilder hochhob, war der Fremde mit einem Schlag seltsam verwandelt. Die Nase schoss ihm in die Länge und krümmte sich zur Seite. Die braunen Augen wurden grün, die Lippen blau, das Kinn begann zu zittern und spitzte sich gleich einer Lande zu. Ein Hauer wuchs ihm aus dem Mund, der Rücken wölbte sich zum Höcker. Der Kosak war plötzlich ein uralter Mann. »Er ist's, er ist's!« erklangen bange Stimmen. Erschrocken drängte sich das Volk zuhauf. »Der Zauberer ist wieder da!« schrien die Mütter und schirmten ihre Kinder mit den Händen. Beschwörend hob der Oberst die geweihten Bilder und rief feierlich. »Heb dich von hinnen, Ausgeburt der Hölle! Hier ist nicht deines Bleibens!« Fauchend und zähneknirschend gleich einem Wolf verschwand der schlimme Gast. Durch die Menge ging nun ein Raunen und ein Fragen. Das gab ein Brausen wie das Meer im Sturm. »Was hat es mit dem Zauberer für eine Bewandtnis?« fragten die jungen Leute, die ihn zum ersten Male sahen. Die alten schüttelten die Köpfe. »Das hat nichts Gutes zu bedeuten.« Hier stand ein Häuflein Leute im weitem Hof des Obersten und dort ein Häuflein Leute. Alle wollten Geschichten von dem Bösen sauberer hören, doch jeder sagte etwas anderes, und sicherer Kunde wußte keiner. Der Oberst ließ an fessen Met anzapfen und viele Eimer griechischen Weins aus seinem Keller holen. Das brachte bald die alte Fröhlichkeit zurück. Die Musikanten spielten, die Mädchen und die jungen Frauen, die frischen Burschen in ihren roten Röcken stampften im feurigen Kosakentanz den Boden. Selbst mancher Alte mit neunzig und mit hundert Jahren, der einen Becher über den Durst getrunken hatte, wagte dreist ein Tänzchen und gedachte der schönen Zeit von einst, da auch er noch mit Gottes Hilfe ein rechter Kerl gewesen war. Tief in die Nacht hinein ward froh gezecht, so mörderlich gezecht, wie heutzutage kein Mensch mehr zechen kann. Als sich das Fest zum Ende neigte, fuhren aus der Gästeschar nur wenige Heim, gar viele betteten sich, ihr Lager für die Nacht im weiten Hof des Obersten, noch mehr von den Kosaken blieben aber da liegen, wo sie waren, und schliefen ungewiegt, unter den Bänken auf der bloßen Erde, neben den Gäulen vor dem Kuhstall. Wo der gewaltige Rausch solch einen Kämpen hinwarf, da lag er fest und hob ein Schnarchen an, das es ganz Kiew hören konnte. Kapitel 2 Stilles Licht versilbert die Welt. Der Mond ist über den Bergkamm gestiegen. Er spreitet seinen Glanz gleich einem Nesseltuch aus reiner weißer Seite über die Knäpperufer und scheucht die Schatten tief ins Fichtendickicht. Mitten im Knäpper schwimmt ein Eichener Einbaum. Zwei junge Burschen sitzen vorn im Kahn. Sie tragen ihre schwarzen Lammfellmützen keck auf dem linken Ohr. Wie Funken vom Feuerstahl, so fahren unter ihren Rudern leuchtende Spritzer in die Luft. Doch warum singen die Kosaken kein munteres Lied? Warum schelten sie nicht auf die Polackenpfaffen, die das rechtgläubige Volk im Grenzland katholisch taufen wollen? Warum sprechen sie nicht davon, wie ihre Scharen zwei Tage lang die Schlacht geschlagen haben, die man die Schlacht am Salzsee nennt? Die Burschen wagen nicht zu singen, sie wagen nicht von kühnen Taten zu erzählen, da Herr Danilu, ihr Gebieter, tief in Gedanken ist. Der Ärmel seines roten Rockes ist aus dem Kahn geklittenen Plätschergleis im Wasser. Frau Katharina wiegt in ihren Armen still das Kind und lässt die Augen ernst auf seinem Antlitz ruhen. Ihr Festgewand aus feinem Tuch ist übersprüht von grauem Wasserstaub. Schön ist zum Dniepperspiegel her die Schau auf hohe Berge, breite Wiesen, dunkelgrüne Wälder. Die Berge hier sind keine Berge, sie haben keinen Fuß und strecken spitze Gipfel nach unten wie nach oben. Drunten wie droben blaut hoch und weit der Himmelsraum. Die Wälder auf den Hügeln dort sind keine Wälder, sie sind des Waldschrats, zottiges Gelock, und unten spielt die Flut um seinen Bart. Und unter seinem Bart, wie über seinem Haupthaar, blaut hoch und weit der Himmelsraum. Die Wiesen an den Ufern dort sind keine Wiesen, sie sind der grüne Gürtel, der die Mitte des Himmels sanft umspannt. Und unter diesem Gürtel, wie über ihm, Lust wandelt durch den Himmelsraum der Mond. Danilu sieht die Berge nicht und nicht die Wälder, er sieht nur auf sein Weib. »Mein junges Weib, geliebte Katharina, was für ein Kummer drückt dein Herz!« »Kein Kummer drückt mein Herz, oh mein Gemahl!« »Mir gehen bloß die schlimmen Dinge nach, die Sie vom bösen Zauberer erzählten.« »Er war von klein auf schon so häßlich, dass kein anderes Kind je mit ihm spielen wollte.« Ist das nicht furchtbar, Herr Danilu, er glaubt, dass jeder ihn verlacht. Wenn ihm im Abenddunkel ein Mensch begegnet, meint er immer, der Fremde fletsche ihm zum Hohen und spott die Zähne. Und kommt er morgen, dann findet man den Mann, der ihm zur Nacht begegnet ist, tot auf der Straße liegen. »Das ist so furchtbar, Herr Danilu, und will mir gar nicht aus dem Sinn,« sprach Katharina. Dann zog sie ihr gesticktes Tüchlein aus der Tasche und wischte ihrem kleinen Sohn die Stirn. Danilu sagte kein Wort. Er spähte seitwärts in das Dunkel, wo durch die Stämme schwarz ein Erdweil lugte, der das Gemäuer einer alten Burg umschloß. Drei Falten traten auf Herrn Danilus Stirn. Er strich sich seinen Kecken Schnauzbart. »Mag es auch schlimm sein,« sprach er, »dass er ein Zauberer ist. Weitschlimmer dünkt es mich, dass er ein sehr verdächtiger Nachbar ist. Was in drei Teufelsnamen sucht er hier? Mann munkelt, die Polacken wollen da eine Zwingburg aufrichten. Die sperrt uns dann den Weg zu unserem Lager hinter den Dniepperschnellen. Sie sollen's nur versuchen, in Trümmer lege ich ihm sein Teufelsnest. »Wenn ich herausbekomme, dass der Schuft geheime Ränke spinnt, verbrannt wird dann der Zauberer. Auch nicht den Raben soll etwas an ihm zu fressen bleiben. Gold und anderes Gut gibt es in seiner Burg auch nicht zu wenig. Das halte ich für gewiß. Dort drüben haust er, der verdammte Satan. Und hat er einen tüchtigen Haufen Gold? Dann um so besser. Wir kommen gleich vorbei an einem Feld voll Kreuzen. Das ist der Friedhof, wo die Knochen seiner schurkischen Ahnen modernen. Von denen ist noch immer jeder gern bereit gewesen, sich gegen ein Stück Geld dem Teufel zu verschreiben, mit Seel und Leib und seinen schäbigen Rock dazu. Und hat der Kerl solch einen Haufen Gold, wozu soll man da lang warten? Das ist so gute Beute wie im Krieg. Ich weiß, was du im Sinn hast, sagte Frau Katharina. Und Böses ahnt mir von deinem Kampf mit ihm. Danilo, dein Atem geht so schwer, du schaust so grimmig drein, so finster treuen deine Brauen. Schweig, Weib, rief Herr Danilo zornentbrannt. Wer sich mit euch befasst, wird selber bald zum Weib. Busch, gib mir Feuer für die Pfeife. Der Bursche klopfte aus seiner Pfeife Glut und trat sie in die Pfeife seines Herrn. Ich soll mich vor dem Zauberer fürchten, fuhr Herr Danilo fort. Gott sei dafür bedankt, ein rechter Kosak fürchtet nicht Tod und Teufel und auch nicht das katholische Pfaffenback. Das fehlte uns, dass wir auf Weiberrede horchten. Ist es nicht wahr, ihr Burschen? Unser Weib ist unsere Pfeife und der schneidige Palasch. Kein Wort sprach Katharina. Über die stillen Wasser flog ihr Blick. Ein Windhauch ließ die Flut erschauern. Der breite Knäpper schimmerte Silbern wie eines Wolfes Fell bei Nacht. Der Kahn fuhr näher an das Ufer und ihm entlang. Dort tauchte jetzt der Friedhof auf. Ein Morscheskreuz beim anderen. Zwischen den Gräbern wuchs kein Schneebaldstrach, kein Gras begrünte sie. Der Mond allein goß aus den Himmelshöhen sein kaltes Licht auf sie herab. Hurcht, Burschen, hört ihr nichts? Es ist, als wenn da einer um Hilfe schreit, sprach Herr Danilo. Ja, freilich, und von da drüben kommt es. Die Burschen zeigten nach dem Friedhof hin. Doch es war wieder still. Der Kahn bog um die Felsenzunge, die in den Knäpper vorsprang. Da plötzlich sankten den Burschen ihre Ruder aus den Händen. Sie schauten wie versteint mit großen Augen. Auch Herr Danilo prallte bleich zurück. Durch die Kosakenadern kroch das kalte Grauen. Auf einem von den Gräbern drüben wankte das Kreuz. Lautlos stieg aus der Erde ein verdorrter Leichnam auf. Der Bart hing ihm bis an den Gürtel. Die Finger trugen lange Krallen, viel länger als die Finger selbst. Lautlos hob er die Arme zum Himmel auf. Sein Antlitz zuckte und verzerrte sich vor fürchterlicher Pein. »Ich brenne, brenne«, stöhnte er mit gräßlich wilder Stimme. Ihr Laut ging einem wie ein Messer durch und durch. Dann sank der Leichnam in sein Grab zurück. Wieder wankte ein Kreuz und wieder hob sich ein Leichnam empor, noch schrecklicher, gewaltiger von Wuchs noch als der erste. Er war mit grauem Moos bewachsen. Bis an die Knie hing sein Bart. Er hatte noch viel längere Krallen und noch viel wilder klang sein Jammern. »Ich brenne, brenne«. Dann sank er in das Grab zurück. Ein drittes Kreuz geriet in Zwanken. Ein dritter Leichnam stieg empor. Sein nacktes Geripp ragte hoch in die Luft. Der Bart hing ihm bis auf die Füße herab. Die langen Krallen an den Fingern gruben sich in den Boden. Furchtbar hob er die Hände gen Himmel. Hinauf zum Monde schienen sie zu greifen. Die Stimme des Knochenmannes schrillte, als raspele eine Pfeile an seinem gilbenden Gebein. Das Kind, das still im Mutterarm geschlummert hatte, erwachte und schrie auf. Auch über Katharines Lippen kam ein Ruf des Schreckens. Den Burschen fielen die Mützen in den Gnieper. Selbst Herrn Danilo schlotterten die Glieder. Und plötzlich war der Spuk verweht, als sei er nie gewesen. Doch eine ganze Weile brauchten die Burschen noch, bis sie von Neuem zu den Rudern griffen. Danilo schaute sorgenvoll auf Katharinen. Sie wiegte erschrocken das schreiende Kinn. Er zog sie an sein Herz und küßte sie. »Fürchte dich nicht, mein Weib. Sieh, es ist nichts«, sprach er und zeigte nach dem Ufer. »Der Zauberer will nur die Leute schrecken, dass sie dem Teufelsnest nicht nahe kommen. Damit schreckt er bloß Weiber. Gib mir das Kind.« Danilo nahm den kleinen Iwan und küßte ihn auf den Mund. »Was, mein Iwan, du fürchtest dich vor dem Zauberer nicht?« »Sag«, Vater, nein, ich fürchte mich nicht, ich bin doch ein Kosak. »Hör auf und weine nicht. Jetzt sind wir gleich daheim. Wir kommen heim und Mutter kochte einen guten Brei und legte dich in die Wiege und singte dich in den Schlaf. »Eia Popeia, mein Söhnchen schlaf ein, wachs fröhlich aus zum Ruhm für das Kosakentum, zu Strafe und Gericht für jeden schlechten Wicht.« Und weiter dann sprach Herr Danilo zu seinem jungen Weib, »Horch, Katharina, ich glaube doch, dein Vater will nun einmal nicht in Frieden mit uns leben. Gleich als er ankam, hat er so finster drein gesehen, als wäre er bös auf uns. Nun, wenn es ihm nicht recht ist, warum bleibt er nicht weg? Er hat noch nie mit mir getrunken zur Ehre der Kosakenfreiheit. Er nimmt das Kind nicht auf den Arm. Im Anfang wollte ich ihm alles sagen, was mir am Herzen liegt. Allein mich warnte mein Gefühl, und ich hielt meinen Mund. Nein, er hat kein Kosakenherz. Wenn zwei Kosakenherzen sich begegnen, so sprengen sie am liebsten aus der Brust heraus, um sich zu grüßen. Nun, liebe Burschen, sind wir bald am Ufer? Seid nur zufrieden, ihr sollt neue Mützen kriegen. Du, Stetzko, kriegst ne Feine mit einem Rand von goldgesticktem Sand. Ich hab sie einem Tartaren abgenommen, sogleich mit seinem Kopf. Die ganze Rüstung hab ich ihm genommen. Bloß seine Seele ließ ich laufen. Also legt an. Na sie, Ivan, jetzt sind wir da. Jetzt lass das flennen. Da nimmt den jungen Katharina. Sie stiegen aus dem Kahn. Ein Strohdach lugte über den Berg hervor. Das war Danilus Vaterhaus. Dahinter kam ein zweiter Berg und dann ein weites, weites Feld. Dort magst du hundert Meilen wandern. Keinen Kosaken wird dein Auge sehen. Kapitel 3 Der Hof des Herrn Danilu liegt zwischen zwei Bergen eingekesselt, in einem engen Seitental des Dnieppers. Das Haus ist schlicht und niedrig. Es gleicht der Hütte eines einfachen Kosaken und hat nur eine Stube. Raum aber ist genug darin für Herrn Danilu selber und sein Weib, wie für die alte Magd und zehn erlesene junge Burschen. Oben läuft an der Wand ringsum ein Wort aus Eichenholz. Schüsseln und Töpfe stehen dicht gedrängt darauf, silberne Becher und mit Gold beschlagene Humpen, Ehrengeschenke und Beute aus dem Krieg. Darunter hangen kostbare Musketen, Pistolen, Säbel, Lanzen, die der Tatar, der Türke, der Polak, dem Herrn Danilu gutwillig oder widerwillen überlassen musste. Davon können die vielen Scharten an den Waffen wohl ein Liedlein singen. Ruht des Kosaken Blick auf ihnen, dann denkt er seiner Tat hin. Unten zieht sich rings um die Stube eine gebohnte Eichenbank. Durch einen Ring im Dachgebälke laufen Stricke, an denen Schwank die Wiege hängt. Der Boden des Gemachs ist festgestampft und glatt mit Lehm verstrichen. Auf den Wandbänken schlafen Herr Danilu und sein junges Weib. Die alte Magd sucht sich ihr Lager am liebsten auf der Ofenbank. Und in der Wiege wird das Kind geschaukelt und in Schlaf gesungen. Die Burschen aber liegen einfach auf dem nackten Boden. Doch der Kosak schläft besser noch im Hof und unter freiem Himmel. Er braucht nicht fühlen, nicht kissen. Unter den Nacken schiebt er sich ein Bündel Heu und streckt sich gemächlich in das Gras. Ihn freut es, wenn er bei Nacht erwacht, hinaufzuschauen zum Himmel, der hell von tausend Sternen blitzt, zu frosteln vor der Kühle, die frische Kraft in die Kosakenknochen gießt. Dann reckt er faul die Glieder, brummt schlafbetrunken vor sich hin, zündet sein Pfeifchen an und rollt sich fester in den Schafpelz ein. Späterst erwachte Burul Basch nach dem Gelage von gestern Nacht. Er setzte sich in einer Ecke auf die Bank und machte sich daran, den Türken-Säbel scharf zu schleifen, den er sich kürzlich eingetauscht. Frau Katharina saß bei ihm und stickte goldene Ranken in ein Tuch von Seite. Da trat mit finsterm Blick die fremdländische Pfeife im Mund der Vater der jungen Frau zur Tür herein, ging auf die Tochter zu und fragte sie mit baschem Worten, warum sie heute Nacht so spät erst heimgekommen sei. Danilo sprach und schliff dabei an seinem Säbel weiter. »Schwer, das fragst du glüger mich. Der Mann hat den Befehl im Haus und nicht das Weib. Das ist bei uns so Brauch. Nimm es nicht übel auf. Mag sein, dass es in fremden Ländern und bei den Heiden anders gehalten wird. Das ist mir nicht bekannt.« Von Zorn gerötet war das alte Antlitz und seine Augen schossen Blitze. »Wer soll denn auf die Tochter sehen, wenn es der Vater nicht mehr darf?« rummte er ergrimmt in seinen Bart. »Na gut, dann frag ich dich. Wo hast du dich herumgetrieben bis in die späte Nacht?« »Ja, wenn du mich fragst schwer, kriegst du eine Antwort. Dann sag ich dir, dass ich schon einige Jahre aus den Windeln bin. Ich hab gelernt, auf meinem Gaul zu sitzen. Ich hab gelernt, den Palasch in der Faust zu schwingen. Und sonst noch was hab ich gelernt? Ich hab gelernt, zu tun, was mir gefällt, um keinen, um Erlaubnis anzugehen. »Ich seh es schon, Danilo. Du suchst Streit. Wer Heimlichkeiten hat, geht nicht auf guten Wegen.« »Denk dir nur, was du willst,« sprach Herr Danilo. »Ich denk mir auch etwas. Ich war, Gottlob, noch nie an einer Tat beteiligt, die gegen meine Ehre ging. Ich bin noch immer für den rechten Glauben und die Heimat eingetreten. Anders als manche Vagabonden, die weiß der liebe Gott, wo durch die Welt ziehen, wenn die rechtgläubige Christenheit auf Tod und Leben kämpft. Und später kommen sie dahergeschneit, das Korn zu ernten, das sie niemals säten. Kerle, die schlechter sind, als selbst die Uniierten und nie in eine Kirche gehen. Die Art von Leuten darf man eher fragen, wo sie sich all die Zeit herumgetrieben haben.« Kosak, ich sagte was. »Ich kann schlecht schießen. Bloß so auf hundert Pfaden treffe ich mit meiner Kugel dem Feind ins Herz. Und fechten kann ich auch nicht so besonders gut. Ich hau den anderen bloß in Stücke. Noch kleiner als die Graupin, die man bei euch zur Größe nimmt.« »Komm an«, sprach Herr Danilo. Und seine Faust schnug mit dem Säbel einen gewaltigen Kreuzhieb durch die Luft. Als wußte er nun ganz genau, warum er ihn geschliffen hatte. »Danilo«, schrie Katharina auf und fiel ihm in den Arm und hängte sich an seinen Hals. »Hast du denn völlig den Verstand, Fluren? Besinne dich und sieh, wen du mit deinem Schwert bedrohst. Und Vater, du, dein Haar ist weiß wie Schnee und bist doch hitzig wie ein junger Narr.« »Weib«, schrie Danilo voller Wut, »du weißt, ich will das nicht. Bekümmere dich um deinen Weiberkram.« Schauerlich dröhnten die Säbel, Eisen drosch wie der Eisen, ein dichter Funkenregen umsprühte die Kosaken. Weinend lief Katharina in die Kammer, warf sich da auf das Bett und hielt die Hände vor die Ohren. Und dennoch hörte sie die Hiebe. So grimmig fochten die Kosaken. Es brach ihr fast das Herz durch alle Glieder vor ihr der Hall der Schläge. »Ping, pang, ping, pang.« »Nein, ich ertrage es nicht, nein, ich ertrage es nicht, vielleicht spritzt jetzt das rote Blut aus seinem weißen Leib. Vielleicht versagt dem Liebsten schon die Kraft. Und ich, ich liege hier.« Stockenden Atems, totenbleich, trat sie von Neuem in die Stube. Gewaltig schlugen die Kosaken zu. Keiner gewann die Oberhand. Katharinens Vater fällt aus, Herr Danilo deckt sich. Herr Danilo fällt aus, ihr grimmer Vater deckt sich. Nun sind sie wieder gleich auf gleich. Sie kochen wild vor Zorn. Hui, holen ihre Arme aus. Die Säbel dröhnen aufeinander. Und klirrend klatschen die zersprungenen Klingen an die Wand. »Gott Lob und Dank in Ewigkeit!« rief Katharina und schrie von Neuem auf. Nun packten die Kosaken die Musketen. Sie richteten die Feuersteine und spannten schnell die Hähne. Danilo feuerte und fehlte. Dann schoss der Vater. Er war alt, er sah wohl nicht mehr wie ein Junge. Doch fest war seine Hand. Der Schuss brach los. Danilo wankte, Blut färbte seinen linken Ärmel. »Nein«, schrie er auf, »so billig kaufst du mich nicht. Die linke Hand ist nicht der Hetman, die rechte ist der Hetman. Da an der Wand hängt meine türkische Pistole. Noch nie im Leben hat sie mich getäuscht. Komm von der Wand, mein treuer Kamerad, hilf deinem alten Freunde!« Danilo hob die Hand schon nach der Waffe. »Danilo«, schrie Katharina, und hängte sich verzweifelt an seinen Arm und stürzte ihm zu Füßen. »Ich bitte nicht für mich, ich weiß ja meinen Weg. Unwürdig ist die Frau, die ihres Mannes Heimgang überlebt. Der Dnieper, der tiefe kalte Dnieper wird mein Grab. Aber sieh doch auf deinen Sohn, Danilo. Wer gibt dem armen Jungen Obdach? Wer schenkt ihm Liebe? Wer wird ihn lehren, auf rabenschwarzem Rost dahin zu fliegen, zu kämpfen für die Freiheit und den Glauben, zu zechen als ein fröhlicher Kosak? »Stirb und verdirb, mein Sohn, stirb und verdirb, dein Vater will nichts von dir wissen. Sieh, wie er hart sein Antlitz von dir wendet. Jetzt kenne ich dich, Danilo. Du bist ein wildes Tier, du bist kein Mensch. Du hast ein Wolfsherz und den Sinn der falschen Natter. Ich glaubte einst, es flösse ein Tropfen gütigen Erbarmens durch deine Adern. Es brennte in deinem Leib ein Funke menschlichen Gefühls. Wie töricht war ich doch. Dich freut das alles nur. Deine Gebeine werden im Grab vor Freude tanzen, wenn sie hören, wie die ehrlosen Bestien von Polacken einst deinen Sohn lebendig in die Flammen werfen. Jetzt kenne ich dich. Du würdest ja mit Freuden aus deinem Grabe auferstehen und mit der Mütze die Glut anfachen, die sein Leben frisst.« »Katharina, halt ein.« »Komm, mein Augapsel, mein Ivan, ich will dich küssen.« »Nein, nein, mein Kind, es soll dir keiner auch nur ein Herrlein krümmen.« »Groß werden sollst du, deinem Heimatland zum Ruhm. Gleich einem Sturmwind sollst du herfliegen vor deinem Regiment, die samtene Mütze auf dem Kopf, den scharfen Palasch in der Faust. Vater, gib mir die Hand. Vergessen wir, was zwischen uns gewesen ist. Habe ich dir Unrecht zugefügt, verzeih es mir.« »Warum gibst du mir nicht die Hand?« So sprach Danilu zu Katharinens Vater. Doch der stand still auf einem Fleck und seine Miene zeigte nicht Zorn noch Freundlichkeit. »Vater«, rief Katharina, sie schlang die Arme um den Alten und küßte ihn. »Sei wieder gut.« »Hat Herr Danilu dich gekränkt, verzeih es ihm.« »Er tut es ja nicht wieder.« »Allein um deine Twillen, Katharina, verzeih ich ihm,« sprach der Alte. Er küßte sie und drohend blitzten seine Augen. Der Tochter ran ein Schauer durch die Glieder. So seltsam deuchte sie sein Kuss, so seltsam das drohende Blitzen seiner Augen. Sie stützte sich schwer auf die Platte des Tisches, an dem ihr Gatte saß, und sich den Arm verbannt. Danilu ging es nah, wie unrecht und wie unkossackisch er gehandelt hatte, da er für eine Sache um Verzeihung bat, in der ihn nicht der Schatten einer Schuld traf. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von »Furchtbarer Arre« von Nikolai Vasiljevic Gogol Übersetzt von Kofi Zölln Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4 Der Tag sah hell, doch ohne Sonnenschein ins Fenster Der Himmel war bewölkt, ein feiner Regen sprühte über die Felder, die Wälder und den breitenden Jepper. Frau Katharina wachte auf, es war jedoch kein fröhliches Erwachen. Ihre Augen waren verweint, ihr Herz bedrückt und Angst erfüllt. »Geliebter Mann, mir hat so wunderlich geträumt!« »Was träumte dir, geliebte Katharina?« »Mir hat geträumt, und es ist seltsam, so deutlich war der Traum, als sei er Wirklichkeit. Mir hat geträumt, mein Vater war der Unhold, den wir beim Obersten zur Hochzeit sahen. »Ich bitte dich, gib nichts auf diesen Traum.« Was träumte Menschen oft für dummes Zeug? Ich stand vor ihm und zitterte am ganzen Leib. Ich hatte solche Furcht, und seine Worte gossen zehrendes Gift in meine Adern. »O, wüsstest du, was er mir sagte!« »Was hat er dir gesagt, geliebte Katharina?« Er sagte mir, »Sieh, Katharina, was für ein schmucker Bursch ich bin! Und dass ich häßlich wäre, das lügen die Leute bloß in ihren Hals. Du findest keinen schöneren Gemahl, schau mir nur in die Augen.« Und dann bohrte er seine blitzenden Augen in mein Gesicht. Ich schrie laut auf Verschrecken und erwachte. »Ja, Träume, sagt man, reden oft die Wahrheit,« sprach Herr Danilo sinnend und fuhr fort. »Du, Katharina, weißt du schon, es soll über den Bergen drüben nicht mehr ganz sicher aussehen. Man hört, dass die Polacken Unrat planen. Der alte Gore-Betz hat Botschaft an mich geschickt. Ich soll nicht schlafen.« Da sorgt er sich umsonst. »Ich schlaf schon nicht. Zwölf tüchtige Verhaue habe ich heut Nacht gebaut, mit meinen Burschen. Wir werden die Polackenschaft auf Blei gegossene Pflaumen zu Gaste laden. Und ihren edeln Junker bringe ich mit dem Stock das Tanzen bei.« »Und weiß der Vater schon davon?« »Von deinem Vater habe ich bald genug. Bis auf den heutigen Tag werde ich nicht klug aus ihm. Er mag wohl manche schlimme Tat begangen haben dort unten, in dem fernen Land.« »Was hat er sonst für einen Grund, sich so zu zeigen? Seit einem Monat hauste er jetzt bei uns und hat sich doch noch niemals einen frohen Rausch gekauft, wie ein rechtschaffener Kosak. Med mag er keinen trinken,« sagt er. »Denk dir, Katharina, er mag den Med nicht trinken, den ich den Presster Juden abgepresst habe.« »He, Bursch!« rief Herr Danilo. »Mach dich auf die Strümpfe. Lauf in den Keller und hol mir einen Krug vom Juden Med.« »Nicht einmal Brandwein trinkt dein Vater.« »Ist das vielleicht nicht unnatürlich?« »Ich möchte wetten, Katharina, er glaubt auch nicht an unseren Heiland, Jesum Christum.« »Was?« »Oder meinst du nicht?« »Mein Gott, was du dir alles denkst, Herr.« »Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, Katharina«, fuhr Herr Danilo fort und nahm dem Burschen den Tonkrug aus der Hand. »Selbst die verfluchten Katholischen sind auf den Brandwein ganz versessen. Bloß von den Moslimen weiß man, dass sie keinen trinken.« »Na, Stetzko, wie viel Meth hast du dir zu Gemüt geführt im Keller unten?« »Nur einen Schluck gekostet, Herr.« »Das lügst du in deinen Hals, Hunsfott, Verdächtiger, wo jeder sieht, wie ihm die Fliegen um den Schnauzbart wimmeln. Und auch an deinen Augen sieht man's ganz genau. Gut einen halben Eimer hast du dir durch die Kur gelaufen lassen. Ach, ihr Kosaken! Seid ihr ein tolles Volk! Alles schenkt dir den Kameraden weg. Bloß das, was trinkbar ist, das sauft ihr gern allein. »Aber von mir kannst du nichts sagen, Katharina. Ich war schon lange nicht mehr voll. Was? Oder? Das nennt er lange, wo er erst am letzten... Hab keine Angst, hab keine Angst. Ich trink ja bloß den einen Krug. Natürlich, der hat mir gerade jetzt gefehlt. Da karrt der Teufel den türkischen Prio durch die Tür herein, brummte Danilo vor sich hin. Der Schwer trat ins Zimmer, nahm die Mütze vom Kopf und zog den Gürtel glatt, an dem ein Säbel hing, der bunt von fremden Steinen funkelte. »Was hat das zu bedeuten, Katharina?« fragte er. »Die Sonne steht zu höchst am Himmel. Warum ist denn das Mahl noch nicht gerüstet?« »Das Mahl ist fertig, Vater. Wir tragen es gleich auf.« »Nimm du die Klöße aus dem Ofen«, sprach Katharina zu der alten Magd, die die hölzernen Teller wischte. »Nein, warte, ich nehme sie selbst heraus.« »Ruf du die Burschen!« Sie ließen sich im Kreis am Boden nieder. Gegenüber dem Herrgott zwingelte Herr Vater zu seiner linken Herr Danilo, zu seiner rechten Katharina und weiterhin die zehn erlesenen Kosaken des Herrn Danilo in blauem und gelbem Röcken. »Ich mag die Klöße nicht«, sagte der Vater, als er gekostet hatte, und ließ den Löffel sinken. »Sie schmecken ja nach nichts.« »Nimmt mich nicht Wunder, wenn du jüdischen Nudeln lieber frisst«, dachte Danilo bei sich. Laut aber sagte er, »schwer, wie kannst du sagen, die Klöße schmecken nach nichts. Sind sie vielleicht nicht gut gekocht?« »Meine Katharina versteht sich doch auf Klöße.« »So gut kriegt sie der Hetman selber nicht oft auf seinen Tisch. Und Klöße zu verachten, liegt kein Grund vor. Sie sind ein christliches Gericht. Alle heiligen und alle gottgefälligen Christen haben Klöße sogar gern gegessen.« Der Vater sagte kein Wort. Auch Herr Danilo aß schweigend fort. Dann wurde ein gebratener Keiler mit Weißkohl und Pflaumen aufgetragen. »Ich mag kein Schweinefleisch«, sprach Katharinens Vater und stocherte mit seinem Löffel in dem Kohl herum. »Wie kann man Schweinefleisch nicht mögen?«, erwiderte Danilo. »Türken und Juden bloß ekeln sich für Schweinefleisch.« Noch finsterer zog der Aldi die Stirn in Falten. Er aß nur Mehlbrei und trank dazu anstatt des Brandweins eine schwärzliche Flüssigkeit, die er in einer Flasche bei sich im Busen trug. Nach dem Essen machte Danilo ein gesundes Schläfchen, das bis zum Abend dauerte. Dann setzte er sich hin und schrieb ein Weilchen an der Musterungsrolle für das Kosaken her. Katharina saß auf der Ofenbank und schaukelte mit ihrem Knie die Wiege. Danilo sitzt und blickt mit einem Auge auf sein Schreibwerk. Das andere Auge schweift unruhig zum Fenster. Hinter dem Fenster glänzen fern die Berge und der Dnieper. Drüben über dem Dnieper stehen blau die Wälder. Der nächtige Himmel ist fast wolkenlos. Doch Herr Danilo weitet sein Auge nicht am hohen Himmel. Noch an den blauen Wäldern, er spät hinab zur Felsenzunge, auf der die alte Burg steht. Ihm ist, als hätte er in einem kleinen Fenster der Burg ein Licht bemerkt. Aber es rührt sich nichts. Er hat sich wohl geirrt. Er hört nur, wie unten dumpf der Dnieper rauscht. Im Dreitakt wechselnd klingt der Anschlag der Wellen an den Strand. Der Dnieper tobt nicht. Er brummt und murrt verdrießlich wie ein alter Mann. Nichts ist ihm recht. Nichts düngt ihn mehr wie ehedem. Er hatert leise mit den Uferbergen, den Wäldern und den Wiesen und regt die Klage wieder sie hinab zum Schwarzen Meer. Da taucht im breiten Dnieper spiegelschwarz ein Punkt auf. Es ist ein Kahn. Und oben in der Burg blinkt wiederum ein Licht. Danilo pfeift und auf dem Pfiff tritt sein getreuer Bursche in die Stube. Du, Stetzko, nimm den Säbel und die Büchse und komm mit. Du gehst, sprach Katharina. Jawohl, muss einmal nachsehen, ob auch alles in Ordnung ist. Ich fürchte mich vor dem Alleinsein. Ich bin auch schon so müde, lieber Gott, und wenn mir wieder das Gleiche träumt. Ich weiß auch nicht genau, ob es nicht mehr als nur ein Traum war. So furchtbar deutlich stand das alles vor mir. Die Alte ist bei dir im Flur und auf dem Hofe schlafen die Kosaken. Die Alte schnaßt ja schon, und auf die Burschen ist nicht viel Verlass. Hör ich einmal, Herr Danilo, schließt du mich in die Stube ein und nimm den Schlüssel mit. Dann habe ich nicht so Angst. Und die Kosaken sollen sich vor die Türe legen. Ja, schon gut, sprach Herr Danilo. Er wischte den Staub von der Muskete und schüttete Pulver auf die Pfanne. Der treue Stetzko stand schon gerüstet und bereit. Danilo setzte die Lammfellmütze auf, er machte das Fenster zu, schob den Riegel vor die Tür. drehte den Schlüssel um und ging zwischen den schlafenden Kosaken durch über den Hof, gegen den Berg zu. Ein frischer Windhauch kam vom Knepper. Hätte nicht in der Ferne eine Möwe ihr schrilles Klagen durch die Nacht geschickt, so wäre die Welt ganz stumm gewesen. Da plötzlich wurde ein Rascheln laut. Burulbasch und sein treuer Bursch verbargen sich in einem Schlehenstrauch. Den Berg herunter kam ein Mann, in seinem Gürtel staken zwei Pistolen und ein Säbel. »Der Schwer«, flüsterte Danilo, »was tut er hier um diese Zeit? Und wohin will er? Stetzko, schlaf nicht, reiß deine Augen auf und sieh, wo der Herr Vater bleibt.« Der Mann im roten Rogge schritt zur Felsenzunge am Fluß hinab. »Ah, dahin«, sprach hat Danilo. »Was?« »Stetzko, er ist in das Zaubernest?« »Das ist er.« »Nirgend anders hin«, gab der Kosak zur Antwort, »sonst hätte er da drüben wieder zum Vorschein kommen müssen.« »Er ist dort bei der Burg verschwunden.« »Ihm nach«, befahl Danilo, »dahinter steckt etwas.« »Na, Katharina, hab ich's dir nicht gesagt, dein Vater ist ein schlechter Kerl.« »Wenn einer auch schon immer alles anders macht als jeder richtige Christenmensch.« Bald tauchten Herr Danilo und sein treuer Kosak dort unten bei der Felsenzunge auf. Dann waren sie verschwunden. Das Waldesdickicht, das die Burg umgab, barg sie vor jedem Blick. Hoch oben war ein kleines Fenster matt erhellt. Unten standen die zwei Kosaken und überlegten, wie sie hinaufgelangen könnten. Kein Tor und keine Tür zu sehen. Im Hofe freilich musste ein Eingang sein, unmöglich aber in den Hof zu kommen. Man hörte drinnen Kettengekrör und das Getrappel vieler Hundefüße. »Warum besinne ich mich noch lang?« spricht Herr Danilo und zeigt auf eine Eiche, die vor dem Fenster steht. »Bleib du hier unten, Stetzko, ich klettere auf die Eiche. Von ihr kann ich gerade in das Fenster sehen.« Er öffnet seinen Gurt und legt den Säbel ab, damit ihn dessen Klirren nicht verrate. Dann packte er einen Zweig und schwingt sich geschickt empor. Er setzt sich auf einen Ast dicht unterm Fenster und späht hinein. Im Zimmer brennt kein Licht und dennoch ist es hell. Seltsame Zeichen sind an die Wand gemalt und Waffen hangen dort von unbekannter Art. »Solches Gewaffen trägt nicht der Türke, nicht der Tatar der Grimm, nicht der Polacke, auch der Christ nicht und nicht das kriegsabrubte Schwedenvolk. Mit weißem Linnen ist der Tisch bedeckt. Unter der Decke flattern Fledermäuse hin und her und ihre Schatten huschen über Wände, Tür und Boden. Lautlos dreht sich die Tür in ihren Angeln. Ins Zimmer tritt ein Mann in rotem Rock und geht schnell auf den Tisch zu. Er ist's. Der Schwerer. Herr Danilo duckt sich und schmiegt sich enger an den Stamm. Aber der Schwerer hat nicht Zeit, sich umzusehen, ob ihm ein ungebetener Gast ins Fenster späht. Mit finsterer Miene reißt er das Tuch vom Tisch und plötzlich strömt ein stilles, klar blaues Licht durch das Gemach. Nur schmale Streifen des goldigen Lichtes von vorhin schwimmen und schwanken gleich Marmoradernden in dem blauen Meer. Nun setzt der Alte eine Schale auf den Tisch und wirft beschwörend Kräuterwerk hinein. Danilo sieht, verschwunden ist der rote Rock, der schwer steht in weiten Bluterhosen da, wie sie die Moselien tragen. Auf seinem Haupt sitzt eine wunderliche Mütze. Die ist mit Sprüchen in einer Schrift beschnickt, die weder russisch ist noch polnisch. Auch das Gesicht des Alten wandelt sich. Die Nase schießt ihm in die Länge und hängt ganz schief. Der Mund reckt sich bis an die Ohren. Ein Zahn wächst aus dem Mund hervor und krümmt sich einem Hauer gleich. Vor Herrn Danilo steht der Zauberer, den er in Kiew bei der Hochzeit sah. »Wahr hat dein Traum gesprochen, Katharina«, denkt Burulbasch. Der Zauberer wandelt gemessenen Schrittes um den Tisch. Schneller wechseln die Zeichen an den Wänden. Wieder huschen die Fledermäuse hin und her und auf und nieder. Das blaue Licht stirbt allgemach. Nun ist es tot. Ein sanftes Rosenlicht weht durch die Stube. Wunderlieblich fließt dies Licht mit sanftem Rauschen still bis in die fernsten Winkel. Plötzlich verlischt es wieder und schwarze Finsternis erfüllt den Raum. Ein Tönen ist in der Luft, wie wenn zur Abendzeit ein leiser Wind, die Fluten kräuselt und das Gezweig der Silberweiden spielend ins Wasser taucht. Danilo meint dort in der Stube den blanken Mond zu sehen und um ihn her den Sternenreigen an einem schwarzen Firmament. Ein Hauch der nächtigen Kühle streift sein Gesicht. Dann wieder meint Danilo und er reißt sich derb am Schnauzbad, um sich zu überzeugen, dass er nicht träumt. Dann wieder meint er, er sehe plötzlich in der Stube nicht mehr den Himmel, sondern sein eigenes Schlafgemach. Da hangen die Tartaren und Türken-Säbel an der Wand. Rings um die Wand zieht sich das Bord mit Töpfen und mit Humpen. Dort auf dem Tisch liegt Salz und Brot. Am Nagel hängt die Pfeife. Doch statt der heiligen Bilder schauen gräuliche Fratzen aus den Rahmen. Und auf der Ofenbank aber ein Nebel sinkt und hüllt das Ganze ein. Wieder herrscht tiefe Finsternis und wieder erfüllt mit feinem Klingen das Rosenlicht den Raum. Und wieder steht starr und stumm der Zauberer da, den wunderlichen Turban auf dem Kopf. Das Klingen wächst zu mächtiger Fülle und Tiefe an. Das sanfte Rosenlicht wird stechend. Ein weißes Etwas, einer Wolke gleich, schwebt leicht inmitten des Gemachs. Herrn Danilo will es scheinen, als ob die Wolke keine Wolke sei, als schwebe dort der Körper einer Frau. Nur weiß er nicht, aus welchem Stoff sie ist, ist sie aus Luft gewoben. Sie steht und ihre Füße treten nicht auf den Boden. Auch mit den Händen stützt sie sich nicht. Das Rosenlicht, die Zeichen an der Wand, es schimmert alles durch sie hindurch. Nun regt sie leis den Kopf. Die Augen glänzen still, in bleichem Blau. Das Haar, das ihr in Ringellocken auf die Schultern fällt, ist einem lichten Nebel gleich. Auf ihren Trauen dunkelt ein Hauch von Schwarz, in ihren Lippen strömt ein blasses Rot, wie wenn der Morgenröte erstes Ahnen über den farblos weißen Dämmerungshimmel schleicht. Oh, das ist Katharina. Danilo ist, als schnürten, schwere Fesseln seine Glieder. Er möchte aufschreien, seine Lippen bewegen sich, es dringt kein Laut hervor. Starr steht der Zauberer immer noch auf dem gleichen Fleck. Wo warst du? spricht er, und bang erbebt das Nebelbild. Ach, warum hast du mich gerufen, ächzt das Weib, mir war so froh zu sinnen. Ich war ja dort, wo ich geboren bin, wo ich durch 15 Jahre lebte. Dort ist es schön, wie grün und duftig ist die Wiese, die meine Kinderspiele sah. Dort blühen noch wie einst die Blumen. Auch unser Garten ist noch da, und unser Haus. So warm schlank ihren Arme mich die Mutter, so voller Liebe war ihr Blick. Sie herzte mich und küßte mich auf Mund und Stirn. Es strehlte mir ihr kam das blonde Haar. Ach, Vater! Sie bohrt den Blick der blassen Augen in das Gesicht des Zauberers. Ach, Vater! Warum erstarrst du meine Mutter? Zornig zeigt ihr der Zauberer die Faust. Geh sich dich davon reden! Ein Zittern packt das schöne Luftgebilde. Wo ist jetzt deine Herrin? spricht der Zauberer. Die Herrin Katharina liegt tief im Schlaf, und ich war froh, ich schwang mich auf und flog schnell in die Weite. Lang habe ich nach der Mutter mich gesehen. Und plötzlich war ich 15 Jahre, so wie einst. Leicht fühlte ich mich, dem kleinen Vogel gleich. Ach, Vater! Warum riefst du mich? Weißt du, was ich dir gestern sagte? forschte der Zauberer so leise, dass man es kaum vernahm. Ich weiß, ich weiß, was geb ich drum, wenn ich's vergessen könnte. Ach, arme Katharina, sie weiß so vieles nicht, was ihre Seele weiß. Es ist die Seele meines Weibes, denkt Herr Danilu. Doch sich zu rühren wagt er nicht. Tu Buße, Vater! Ist es nicht furchtbar, dass nach jedem Mord, den du begehst, die Leichen deiner Väter aus den Gräbern steigen? Schweig von den alten Sachen, fällt ihr der Zauberer treuend in die Rede. Ich stehe auf meinem Willen, ich zwinge dich zu tun, was ich begehre, und Katharina wird mich lieben. Du bist ein Ungeheuer, nein, du bist mein Vater nicht, stöhnt sie. In alle Ewigkeit soll nie geschehen, was du begehrst. Wohl hast du Macht, durch Höllenkünste die Seele Katharines zu beschwören und sie zu peinigen. Doch Gott allein hat die Gewalt, sie tun zu lassen, was ihm gefällt. Nie, nie, solange ich in ihrem Leibe weile, zwingst du die arme Katharina zu lästerlicher Sündentat. Vater, das furchtbare Gericht ist nah herangekommen, und wärst du auch mein Vater nicht, nie könntest du mich zwingen zu schändlichem Verrat an meinem treuen Mann. Und wäre mein Gemahl selbst bar der Treue, niemals zwängst du mich zum Verrat an ihm. Denn Gott verwirft die eidvergessenen Ehebrecher. Sie wendet ihre blassen Augen nach dem Fenster, wo Herr Danilo lauscht. Sie steht zu Stein erstarrt. Wo schaust du hin? Wen siehst du dort? schreit wild der Zauberer. Das Luftbild Katharinens bebt vor Schrecken, doch Herr Danilo ist schon unten. Er eilt mit dem getreuen Stätzko heim. Furchtbar, entsetzlich, murmelte er, tief in Gedanken. Die bleiche Angst packt sein Kosakenherz. Schnell stürmt er durch den Hof, dort schlafen die Kosaken noch fest und tief. Wie da er ging. Nur einer aus der Schar hält Wache. Er sitzt und raucht sein Pfeifchen. Der Himmel funkelt grell von tausend Sternen. Kapitel 5 Wie gut, dass du mich wecktest, sprach Katharina. Sie rieb die Augen mit dem gestickten Ärmel ihres Hemdes und musterte Danilo freudig vom Kopf bis zu den Füßen. Ich habe so furchtbar schwer geträumt. Es lag ein Alb auf meiner Brust, dass ich nicht atmen konnte. Ich fühlte meinen Tod. Was hat ihr denn geträumt? War es nicht dies? Und Burulbasch erzählte, was er gesehen hatte. Wie kannst du das denn wissen, mein Gemahl? rief Katharina staunend. Doch nein, gar viel von dem, was du erzählst, kam nicht in meinem Traume vor. Nein, ich habe nicht geträumt, dass mir der Vater das Mütterlein erstach. Auch von den Leichen, welche aus dem Grabe steigen, habe ich im Traume nichts gesehen. Nein, nein, Danilo, es war nicht so, wie du erzählst. O Gott im Himmel, was für ein schlimmer Mann mein Vater ist. Mich nimmt's nicht Wunder, dass du so manches nicht gesehen hast. Du weißt ja nicht den zehnten Teil von dem, was deine Seele weiß. Weißt du auch, dass dein Vater der Böse ist? Erst letztes Jahr, als ich mit den Polacken den Kriegszug gegen die Tataren machte. Ich hatte mich ja leider Gottes mit dem Verrätervolk verbündet. Da sagte mir im Brüderkloster der Prior selbst und Weib, das ist ein heiliger Mann, der Böse hätte Macht, die Seele jedes Menschen zu beschwören. Denn wenn der Mensch im Schlafe liegt, kann seine Seele wandeln. Ich hatte ja in früheren Zeiten nie deines Vaters Angesicht gesehen. Hätt ich gewußt, dass du den Mann zum Vater hast, du wärest nie mein Weib geworden. Verlassen hätte ich dich und nicht die Sünde auf mein Herz geladen, mich mit des Bösen Sippschaft zu verschwägern. Dann, Nilo, rief Katharina und schlug weinend die Hände vors Gesicht. Hab ich mich gegen dich vergangen? Hab ich dir je mein Wort gebrochen, mein Herr und mein Gemahl? Verdien ich deinen Zirn? War ich nicht deine Treue, Magd? Hab ich dir je ein böses Wort gesagt, wenn du mit einem Rausch vom lustigen Gelage kamst. Ist nicht der Knabe mit den schwarzen Brauen mein Sohn wie deiner? Hör auf zu weinen, Katharina. Jetzt kenn ich dich und lass dich nicht um alles in der Welt. Die Sünde fällt allein auf deinen Vater. Nein, nenn ihn nicht meinen Vater. Er ist mein Vater nicht. Vor Gottes Angesicht sag ich ihm ab, sag ich dem Vater ab. Der Böse ist er, ein Gott vergessener Schurke ist er. Zugrunde soll er gehen. Er mag ertrinken. Ich strecke keine Hand aus, ihn zu retten. Verdorren mag sein Hals. Ich reiche ihm keinen Tropfen Wasser. Nur du bist mir von heute an mein Vater. Kapitel 6 In Herrn Danilus tiefem Keller sitzt hinter einer Tür, die mit drei Schlössern wohlverwahrt ist, der alte Zauberer. Danilu hat ihm Eisenfesseln um Arme und um Beine schmieden lassen. Und rüben auf der Felsenzunge, die in den Dnepr vorspringt, brennt lichterloh die Teufelsburg. Blutrote Flammen lecken am alten Mauerwerk empor. Nicht-Hexerei und Satansdienst hat den Gefangenen in das Verlies geworfen. Darüber soll Gott richten. Er sitzt im Kerker für schändlichen Verrat. Er hat sich insgeheim verschworen mit dem Feind des rechten Glaubens. Er hat das Volk des Grenzlandes an die Katholischen verkaufen und ihm den roten Hahn auf seine Kirchen setzen wollen. Trübsinnig sitzt der Zauberer im Verlies. Schwarz wie die Nacht sind die Gedanken in seinem Kopf. Den einen Tag nur hat er noch zu leben. Morgen heißt es Abschied nehmen von der Welt. Morgen wird über ihn Gericht gehalten. Nicht leicht wird seine Strafe sein. Er darf sie gnädig nennen, wenn er lebendigen Leibes gebraten oder geschunden wird. Trübsinnig sitzt der Zauberer da und lässt die Ohren hangen. Mag sein, das ihn jetzt vor dem Tod die Reue packt. Doch seiner Sünden sind zu viele. Niemals kann ihm Gott vergeben. Zu Häupten des Gefangenen ist eine schmale Luke mit daumendicken Eisenstangen übergittert. Kettenrasselnd erhebt der Alte sich. Kommt seine Tochter nicht vorbei? Sie ist sanftmütig und jeder rachsuchtbar wie eine Taube. Vielleicht erbarmt sie sich des Vaters. Doch niemand kommt. Da unten läuft ein Weg, aber kein Fuß beschreitet ihn. Noch weiter unten fließt der Dnieper. Seine Wogen sind blind und taub für Menschenleid. Er gleitet ruhig durch die Wiesen und seines Rausches dumpfer Klang gießt Trauer in das Herz. Da rührt sich etwas auf dem Weg. Es ist nur ein Kosak. Ein schwerer Seufzer hebt des Gefangenen Brust. Nun aber klingt in der Ferne leise ein Schritt. Im Winde weht ein grünes Kleid. Ein goldener Kopfschmuck blitzt. Sie ist's. Er drängt sich dichter an die Gitterstäbe. Schon ist sie nah. Kind, Katharina, sei barmherzig, habe Mitleid mit dem Vater. Stumm bleibt die Schöne. Sie horcht nicht auf sein Flehen und schenkt dem Kerber keinen Blick. Sie ist vorbei. Er kann sie nicht mehr sehen. Leer ist die Welt. Der Dnieper singt sein trübes Lied. Wehmut ergreift das Menschenherz. Doch weiß ein Zauberer, was Wehmut ist? Zur Nacht neigt sich der Tag. Die Sonne sinkt. Schon ist sie fort. Kühl wird es. Dumpf in der Ferne brüllt ein Rind. Verlorene Laute klingen durch die Luft. Dort ziehen wohl Schnitter gemächlich plautern von der Arbeit heim. Ein Kahn schwimmt auf dem Dnieper. Wer fragt nach dem Gefangenen? Silbern hebt sich die Mondessichel ins Firmament empor. Und wieder schurrt auf dem Weg ein Schritt. Es sieht sie schlecht im Dunkeln. Ja, es ist Katharina. Sie geht heim. Kind in des Heilandsnamens selbst der blutgierigen Wölfenbrut verreißt die eigene Mutter nicht. Kind, Kind vergönne deinem sündigen Vater einen Blick. Sie stellt sich taub und bleibt nicht stehen. Kind beim Gedächtnis deiner unglückseligen Mutter. Sie hemmt den Schritt. Kind höre mein letztes Wort. Was rufst du mich, du Gottesleugner? Nenn mich nicht dein Kind. Ich habe mich losgesagt von deiner Sippschaft. Warum beschwörst du das Gedächtnis meiner elend dahingefahrenen Mutter herauf? Katharina, ich stehe vor meinem Ende. Dein Mann wird mich an eines wilden Rosses Schweif gebunden über das Blachfeld schleifen lassen. Das sei gewiß, wenn meine Strafe nicht noch härter wird. Keine Strafe in der Welt kommt deinen Sünden gleich. Nimm deine Strafe auf dich. Niemand wird für dich bitten. Katharina, es ist ja nicht die Strafe, die mich schreckt. Mich schreckt die Qual in jener anderen Welt. Du, Kind, bist ohne Schuld. Und deine Seele steigt einst ins Paradies empor zu Gottes Thron. Die Seele deines gottvergessenen Vaters aber wird in dem ewigen Feuer brennen, das nie verlischt. Kein Tropfen Tau wird zu ihm niedersinken, kein Wind auch seine Stirne kühlen. Die Strafe Gottes dir zu lindern habe ich nicht die Gewalt, sprach Katharina und wendete sich ab. Kind, bleib und hör nur noch ein einziges Wort. Wohl hast du die Gewalt. Erretten kannst du meine Seele. Du weißt nicht, wie über alle Maßen groß des guten Gottes Gnade ist. Hast du denn vom Apostel Paulus nicht gehört? Kind, seiner Sündenzahl war wie der Sand am Meer. Und da er Buße tat, ist er ein Heiliger geworden. Was soll ich tun, damit ich deine Seele rette, sprach Katharina. Ich bin ein schwaches Weib. Wenn ich nur aus dem Kerker könnte, ich würfe alles hinter mich. Gib mir die Freiheit, ich will Buße tun. Ich gehe ins Höhlenkloster, ich gürte das herrenne Gewand um meinen Leib und liege Tag und Nacht auf diesen Knien vor dem barmherzigen Gott. Nicht nur des Fleisches, auch der Fische enthalte ich mich und kein Gewandstück breitig zum Schlafen unter mich. Ich werde beten, beten, nichts als beten. Und nimmt die Gnade Gottes mir auch dann noch immer kein Quäntchen meiner Sündenlast vom Rücken, so lasse ich bis zum Hals mich in die Erde graben, lasse mich einmauern in die Klosterwand. Nicht Trank noch Speise soll über meine Lippen kommen, bis dass ich hungers sterbe. Und all mein Hab und Gut gebe ich den Mönchen, auf das sie durch vierzig Tage und durch vierzig Nächte die Heilige Messe für mich lesen. Frau Katharina stand in bangen Zweifeln. Und sperrte ich die Schlösser auf, die Fesseln kann ich dir nicht lösen. Ich fürchte keine Fesseln, sagte er. Du sprichst von Fesseln? Ja, sie wollten sie mir um die Arme und die Beine schmieden. Ich aber machte ihnen einen Nebel vor die Augen. Statt meiner Arme lag auf ihrem Amboss ein Stück Holz. Sieh her, ich trage keine Fesseln. Frei stand er mitten im Verlies. Auch diese Mauern würde ich nicht fürchten und würde frei durch sie hindurchgehen. Aber dein Mann weiß nicht, was das für Mauern sind. Ein heiliger Büßer hat sie in alter Zeit gebaut und keine Höllenkraft kann den Gefangenen aus diesem Kerker führen. Wird nicht die Türe mit dem gleichen Schlüssel aufgesperrt, mit dem der Heilige in seinen Tagen die Zelle schloss. Solch eine Zelle will auch ich mir bauen, wenn du mir, armen Sünder, noch einmal in die Freiheit hilfst. Gut denn, ich laß dich frei, sprach Katharina und schritt zur Tür. Doch wenn du mich betrügst, wenn du anstatt zu büßen wieder zur Bruderschaft des Teufels schwörst. Nein, Katharina, kurz gemessen ist meine weitere Lebenszeit. Auch ohne Todesstrafe ist mir das Ende nah. Glaubst du, ich will mich selbst dem ewigen Feuer überliefern? Der Schlüssel klang im Schloss. Liebwohl, Gott, der barmherzige soll die Schirmen kennt. Der Zauberer drückte auf Katharinens Stirne einen Kuss. Rühr mich nicht an, verruchter Sünder, hebe dich fort von mir, rief Katharina. Doch er war schon verschwunden. Ich habe ihn freigelassen, sprach sie in jem Schrecken und ihre Augen irrten scheu von Wand zu Wand. Wie trete ich vor Danilo hin? Ich bin verloren, lebend begraben muss ich mich, sonst weiß ich keinen Weg. Sie sank mit bitteren Schluchzen auf den Klotz, wo ihr gefangener Vater gesessen hatte. Ich habe eine Menschenseele errettet vom Verderben, sprach sie zu sich. Ich habe ein gottgefälliges Werk getan. Doch mein Gemahl, zum ersten Mal war ich ihm ungehorsam. Wie furchtbar kommt es mich an, ihm ins Gesicht zu lügen. Hurch! Waren das nicht Schritte? Ja, er ist es, mein Gemahl, schrie sie verzweifelt, die Sinne schwanden ihr. Sie schlug zu Boden. Kapitel 7 Ich bin es, Tochter, ich bin's Liebling, klang die Stimme der Magd, als Katharina zu Bewusstsein kam. Die Alte stand über sie gebeugt und ihre dürre Hand besprengte die junge Frau mit kaltem Wasser. Wo bin ich? fragte Katharina. Sie richtete sich auf und schaute um sich. Da, vor mir rauscht der Dnieper, dort hinten ist der Berg. Sag, wohin hast du mich geführt? Ich hab dich nicht geführt, ich trug dich auf den Armen aus dem dumpfen Keller. Sei nur nicht bang, ich hab die Tür ganz richtig wieder zugeschlossen, dass Herr Danilo nichts merken kann. Wo ist der Schlüssel? rief Katharina und griff an ihren Gürtel. Er ist nicht da. Den nahm dir dein Gemahl vom Gürtel, Kind. Er schaut jetzt nach dem Zauberer. Was, Weib, ich bin verloren, schrie Katharina. Gott schütze uns in Gnaden vor dem Unglück, Kind. Wenn du mir deinen Mund hältst, Herren, erfährt kein Mensch davon. Er ist entwischt, der Satan, der Verfluchte. Hörst du es, Katharina, er ist fort, sprach Herr Danilo und trat zu seinem Weib. Zornfunken sprühten ihm aus den Augen. Der Säbel schwankte klirrend an seinem Gurt. Halbtot vor Angst war Katharina. So hat ihn einer freigelassen, liebster Mann, hauchte sie zitternd. Ja, freigelassen hat ihn einer. Da sprichst du schon die Wahrheit, aber kein Mensch. Der Teufel war es, der ihn freiließ. Sieh, statt des Zauberers steckt ein Stück Holz in seinen Fesseln. Es muss wohl Gottes Wille sein, dass sich der Teufel nicht zu fürchten braucht, vor ehrlichen Kosaken Fäusten. Ja, wäre es nur von Ferne möglich, dass ihm von den Kosaken einer fortgeholfen haben könnte. Und ich, ich käme ihm darauf. Ich wüsste keinen Tod, der hart genug wäre für einen solchen schurgischen Verräter. Und hätte ich's getan? So fuhr es Katharina wieder Willen heraus. Doch sie verstummte gleich in jem Schrecken. Und hättest du's getan, so wärst du nimmermehr mein Weib. Ich nähte dich in einen Sack und würfe dich in den Knäpper, wo der Fluss am tiefsten ist. Katharinen bleibt jeder Atem aus und auf dem Kopfe sträubt sich ihr das Haar. Ende von Abschnitt Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Furchtbarer Rache von Nikolaj Wasiljevic Gogol übersetzt von Kofi Zolm Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8 Am Grenzweg in der Schenke sitzen die Polacken schon durch zwei Tage und zwei Nächte und saufen mörderlich. Ein wüstes Volk ist dabei zusammen. Die Kerle planen einen Raubzug. Gar mancher hat die Hakenbüchse bei sich, die Sporen klingeln und die Säbel rasseln. Die Junker lachen, sie prahlen mit erstunkenen und erlogenen Heldentaten. Sie lästern unseren rechten Glauben. Sie schelten das Volk des Grenzlands Sklavenback. Sie zwirbeln flott im Schnauzbart und lümmeln sich breitspurig auf den Bänken. Auch einen Pfaffen haben sie bei sich, ein Musterbild von einem Pfaffen. Der passt zurecht zu dem Gesindel. Ein rechter Christenpriester sieht freilich anders aus. Der Schwarzrock säuft und tobt. Von Lästerreden schäumt sein Schandmaul. Und wie die Herren, so die Knechte. Sie tragen die Ärmel ihrer schäbigen Röcke aufgekrempelt und werfen sich so wichtig in die Brust, als wären sie was Rechtes. Sie spielen Landsknecht und hauen sich die Karten um die Ohren. Sie führen Weiber mit sich, die nicht die Ihren sind. Sie brüllen und sie raufen. Die Junker sind wie toll und treiben Wüsten und Vlaat. Sie haben einen Juden da. Den zupfen sie am Bart und malen ihm mit lästerlicher Hand das Kreuz auf seine schmutzige Stirn. Sie feuern blinde Schüsse auf ihre Frauenzimmer ab. Sie tanzen einen Krakauer mit ihrem ehrvergessenen Pfaffen. Solch Ärgernis hat nicht einmal das heidnische Tartarenvolk auf unserer Russenerde vollführt. Gott wird wohl unsere Sünden kennen, dass er uns diesen Schimpf als Strafe schickt. Und mitten in dem Wüstenlärm da reden zwei Polacken vom Hof des Herrn Danilu am anderen Tnjabberufer. Auch von der schönen Katharina fällt ein Wort. Nichts Gutes hat dies Gesindel hergeführt. Und Kapitel 9 Am Tisch in seiner Stube sitzt Danilu. Er stützt den Kopf und spinnt trübselige Gedanken. Frau Katharina sitzt träumend auf der Ofenbank und summt ein Lied. »Ich weiß nicht, was ich habe, Weib«, spricht Herr Danilu. »Mir tut der Kopf weh und das Herz weh. Kann es mir selber nicht erklären, was mich drückt. Ich spüre meinen Tod. Er wird wohl unterwegs sein.« »O du, mein liebster Mann, schmieg deinen Kopf an meinen und jag die schwarzen Gedanken fort«, denkt Katharina. Doch wagt sie nicht, es laut zu sagen. Sie fühlt sich schuldbeladen. Da schaffen ihr Danilos Küsse bittere Gewissenspein. »Hör, was ich dir jetzt sage, Katharina«, spricht Herr Danilu ernst. »Verlasse meinen Sohn nicht, wenn ich nicht mehr da bin.« »Gott wird dir nie ein Glück mehr gönnen in dieser und der andern Welt, wenn du das Kind verlässt. Keine Ruhe fänden im Grab meine modernden Knochen, keine Ruhe fände meine unsterbliche Seele.« »Was sprichst du, Herr Danilu? Hast sonst uns schwache Weiber ausgelacht und sprichst auf einmal heute selber wie ein schwaches Weib. Du lebst noch lange.« »Nein, Katharina, meine Seele hört schon den Schritt des Todes. Traurig wird's auf der Erde und schlimm sind diese Zeiten. Ach, ich gedenke meiner vergangenen Jahre. Sie kommen nicht wieder.« Da führte noch er den Befehl. Konatschewitsch, der Alte, der Ruhm und die Ehre unseres Volkes. »Ich sehe, als wäre es gestern gewesen. Die Regimenter vorbeiziehen.« Das war eine große goldene Zeit, Katharina. Auf rabenschwarzem Gaul saß der Hittmann im Sattel, den blanken Stab in der Hand, umringt von seinem Gefolge. Von Hügel zu Hügel erfüllte die Mannschaft das Tal, ein rotes Meer von Kosaken. Der Hittmann sprach und alles stand an dem Boden geschmiedet. Der Alte weinte, da er der früheren Taten und Kämpfe gedachte. »Du weißt ja nicht, Katharina, wie herrlich wir da mit den Moselim rauften. Hier trage ich am Kopf noch heute die Narbe von damals. Vier Kugeln schlugen vier Löcher in meinem Leib, und keine der Wunden ist je wieder völlig verharscht. Und wie viel Gold wir erbeutet. In ihre Mützen schöpften gemeine Kosaken die edlen Steine. Und wie viel Rosse wir mit uns geführt. Katharina, wenn du das wüsstest. Ach, solche Kämpfe erlebe ich nie wieder. Ich bin ja nicht alt, und die Glieder sind rüstig. Aber mir glitt das Schwert aus der Hand. Tatlos lebe ich dahin und weiß kaum selber, wozu ich lebe. Keine Ordnung herrscht mehr im Grenzland. Die Obersten knurren sich an wie die Hunde. Kein Hauptmeer über alle ist da. Unsere Junker folgen dem polnischen Brauch und lernten die polnische Tücke. Sie haben ihre Seelen verkauft, da sie sich fügten in die vermaledeite Union. Die Juden drücken den kleinen Mann. Oh, du große vergangene Zeit, wo sind meine Jahre geblieben? Lauf in den Kellerbursch und hol mir vom besten Med eine Kanne. Ich will eins trinken zu Ehren des früheren Lebens und auf die Jahre der Jugend. Stetzko trat in die Stube und sprach. Herr, wir müssen Gäste empfangen. Das Tal herauf zieht ein Haufe Polacken. Ich kann mir denken, weshalb sie kommen, brummte Danilo und stellte sich auf die Füße. Sattelt die Gäule, getreue Knechte, rüstet euch und zieht blank. Vergesst auch die bleiernen Pflaumen nicht, Ehre, wem Ehre gebührt, dem Gast vor allem. Aber noch waren die braven Kosaken nicht aufgesessen. Noch hatten sie nicht die Büchsen geladen, da wimmelten auch schon am Berg die Polacken so dicht, wie im Herbstwind die gelben Blätter zur Erde rieseln. Gäste genug, die wir grüßen müssen, sagte Danilo und fasste die dicken Junker ins Auge, die sich an der Spitze der Feinde auf goldgeschirrten Gäulen gewichtig im Sattel wiegten. So ist uns mit Gottes Hilfe doch noch ein fröhlicher Tanz beschieden. Freu dich noch einmal zum Abschied, Kosakenseele. Munterburschen, das Fest hat begonnen. Schon ist am Berge oben der Tanz im Gang. Der Schlachtrausch glüht in den Köpfen, die Säbel dröhnen, die Kugeln schwirren, es wiehern und stampfen die Gäule. Man weiß nichts mehr vor Geschrei, man kann nichts sehen vor Rauch, ein wildes Gtümmeln. Doch der Kosak hat's in der Nase, wer Feind und wer Freund ist. Es pfeift die Kugel, ein Reitersmann stürzt aus dem Sattel, es saust der Palasch, ein Kopf ohne Leib rollt in den Staub und wirre Reden leilt sein verzerrter Mund. Doch über der Menge leuchtet der rote Boden von Herrn Danilos Mütze. Es glänzt der goldene Gurt auf seinem blauen Rock, wie ein Wirbelwind saust seinem Rappen die Mähne. Leich einem Vogel im Flug ist Danilo bald hier und bald dort. Er schmettert den Schlachtruf, er schwingt den türkischen Palasch und haut nach rechts und nach links. Hau zu, Kosak, nur munter Kosak, berausche im Kampf dein tapferes Herz. Verschau dich nicht in goldene Panzer und Röcke von kostbarem Tuch. Tritt unter die Füße Gold und Gestein, sticht zu, Kosak, nur munter Kosak. Schau dich nicht um, schon setzt der eher vergessene Feind den roten Hahn auf deine Hütten und treibt das Vieh aus deinem Stall. In wildem Lauf sprengt Herr Danilo hinab, nun taucht der rote Mützenboden dicht vor dem Hof aus dem Gewühl. Und wo er dreinschlägt, lockert sich bald der Feinde ringt. Schon eine Stunde, zwei Stunden schon und länger tobt die Schlacht. Wenig Krieger sind es geworden bei Freund und Feind. Doch Herr Danilo wird nicht müde. Mit seiner Lanze sticht er die Reisigen aus dem Sattel, das Fußvolk stampft er unter die Hufe des wackeren Gauls. Schon ist der Hof gesäubert, schon wenden die Polacken sich zur Flucht. Danilo denkt an die Verfolgung, er sieht sich nach den Seinen um und will sie rufen. Da packt ihn eine tolle Wut. Dort auf dem Berg steht Katharinens Vater und zielt mit der Muskete her. Danilo spornt den Rappen und sprengt bergan. Kosak, du reitest in den Tod. Die Büchse kracht, der Zauberer verschwindet hinter dem Berg. Danilo wankt im Sattel, er stürzt, er liegt am Boden. Der treue Stetzko eilt dazu. Sein Herr liegt langgestreckt. Geschlossen sind die hellen Augen, es kocht das rote Blut aus seiner Brust. Allein er spürt die Nähe des Getreuen. Matt öffnet er die Lieder, in seinen Augen steht ein matter Glanz. Stetzko, leb wohl, sag Katharinen, dass sie mir nicht den Sohn verlässt. Verlasst auch ihr ihn nicht, ihr meine Treuen, sprach's und verstummte. Gen Himmel schwang sich aus dem edlen Leib die rüstige Kosakenseele. Blau wurden Herrn Danilos Lippen. Er schlief den Schlaf, daraus kein Kosak erwacht. Herzbrechend schluchzte der getreue Knecht und winkte Frau Katharinen in der Hand. Komm, Herren, eile schnell herbei, der Rausch, der Schlacht hat deinen Herrn gefällt. Da liegt er trunken an der feuchten Erde. Lang wird er brauchen, bis er nüchtern wird. Frau Katharina rang die Hände und sank gleich einer abgemähten Gabe über den Leichnam hin. O mein Gemahl, du liegst dort mit geschlossenen Augen, steh auf, mein Falke, reich mir deine Hand, mein Augentrost, steh auf, sieh mich noch einmal an, sag mir ein einziges Wort. Du schweigst, du bist so stumm, mein Herr und Gemahl, blau ist dein Antlitz, wie das schwarze Meer, dein Herz steht still, warum bist du so kalt, Danilo? Sind meine Tränen denn nicht heiß genug, dich zu erwärmen? Ist denn mein Schmerzgeschrei nicht laut genug, dich zu erwecken? Wer führt hinfort dein Regiment? Wer reitet vor der Front auf deinem schwarzen Hengst? Wer feuert die Kosaken mit hellem Schlachtruf an? Wer stürzt jetzt dem Palasch in der Faust als erster auf den Feind? Kosaken, wo ist eure Ehre? Und wo bleibt euer Ruhm? Gleich auf der feuchten Erde liegt euer Ruhm. Für ewig die Augen zugedrückt hat eure Ehre. Begrabt mich, legt mich zu ihm ins Grab, schüttet mir Erde in die Augen, presst mir Bretter von Ahorn auf die weißen Brüste. Ach, meine Schönheit, was ist sie mir Nütze? Katharina weint und schlägt sich mit den Fäusten die Stirn. In der Ferne hebt sich ein Staubgewölk. Gorobetz, der Alte, der Oberst, sprengt in gestrecktem Lauf heran und bringt Entsatz. Wunderbar ist der Dnepr bei stillem Wetter, wenn seine Reichen wasserfrei und glatt durch die Wälder und Berge gleiten. Kein leises Raunen, kein lautes Rauschen, strömt des Flusses gewaltige Fläche talwärts oder rührt sie sich nicht? Du schaust und du kannst es nicht sehen. Dir ist, als wäre sie aus Glas gegossen, als zöge blank und blau ein Spiegelweg, breit ohne Maß, lang ohne Ziel, in weitem Bogen durch das grüne Tal. Froh senkt die Sonne ihre Strahlen hinab in die Kühle der gläsernen Flut. Froh spiegeln sich dunkelnde Wälder in dem kristallenen Mass. Ihr Wälder, ihr grüngelockten, ihr drängt euch über den kleinen Wiesenblumen ans Ufer. Ihr beugt euch zum Wasser, euch drin zu beschauen. Ihr könnt euch nicht satt sehen an eurem verklärten Abbild und lächelt ihm zu und grüßt es und winkt ihm mit nickenden Zweigen. Doch in die Mitte des Dnieppers dürft ihr nicht schauen. Keiner als die Sonne da oben und als der Himmel der Blaue blickt dort in die Flut. Selten nur fliegt ein Vogel bis über die Mitte des Dnieppers. Prangender Strom, dir kommt auf Erden kein Fluss gleich. Wunderbar ist der Dniepper auch in den linden Nächten des Sommers. Mensch, Tier und Vogel sind schlafen gegangen. Gottes gewaltiges Auge allein ruht auf Himmel und Erde. Mit gewaltigem Arm schüttelt er seinen Ornat. Seinem Gewand entkleiden die Sterne und brennen und leuchten feierlich über der Welt und spiegeln sich alle. So viele es sind in den Fluten des Dnieppers. Dem mächtigen Strom kann keiner der Sterne entrinnen. Er müsste dann auch am Firmamente verlöschen. Die schwarzen Wälder in deren Zweigen Schulter an Schulter die Raben schlafen. Die Berge, die Gipfel aus brüchigem Urgestein in die Lüftetürmen. Sie beugen sich vor und wollen den Fluss mit ihrem breiten Schatten bedecken. Verlorene Mühe. Nichts in der Welt kann den Dniepper bedecken. In satter Bläue gleitet sein Wasser wie durch den Tag so durchschweigende Nächte. Du siehst ihn, soweit das Auge des Menschen den Blick zu schicken vermag. Wo er sich bang erschauernd vor der nächtigen Kühle dicht an das Ufer schmiegt, da fährt er jäh aus dem Traum, da schießt er Blitze, grell silbern wie die Klingen des Türken-Säbels. Gleich aber wiederum schläft er ein und sinkt zurück in sein stilles Blau. Wunderbar ist der Dniepper bei Nacht, es ist auf Erden kein Fluss, der ihm gleich kommt. Doch wenn sich blaue Wolken zu Bergen türmen, wenn die schwarzen Wälder bis in die Wurzeln wanken, wenn Eichen zur Erde krachen, wenn Blitze vom Himmel stürzen und die Welt mit jähem Licht überflackern, furchtbar ist dann der Dniepper. Donnern stürzen die Wasserberge gegen die Felsen, schäumend und ächzend prallen sie zerbrochen zurück. Bitterlich schluchzend werden sie sterbend zu Tale gerissen. Dort, wo die Felsenzunge weit in den Dniepper ragt, brandet das Wasser voll Wut um verkohlte Balken und feuergeschwärzte Steine. Dort bäumt sich mächtig ein Kahn in den Wellen und kracht beim Landen hart an das Gestade. Wer ist es von dem Kosaken, der sich getraut im Kahn hinauszufahren, wenn Vater Dniepper zürnt? Weiß er denn nicht, dass der Strom die Menschen in sich hineinschlingt wie Fliegen? Der Kahn liegt fest. Der Zauberer springt auf den Strand. Umwölkt ist sein Gesicht. Ihn reuen die Opfer, die das Kosaken-Schwert dem Totenführer zum Totenfest geschlachtet. Es fielen der polnischen Junker in kostbaren Röcken und Panzern vierzig und vier. Dazu von ihren Knechten noch dreißig und drei. Die, das Leben behielten, sind alle gefangen und wandern als Sklaven zu den Tataren. Zwischen Schutt und verkohltem Gebälk führen steinerne Stufen tief in die Erde. Der Zauberer steigt eilend hinab. Dort hat er seinen heimlichen Unterschlupf. Lautlos dreht sich die Tür in den Angeln. Der Zauberer tritt an den Tisch, der mit weißem Linnen bedeckt ist. Er stellt eine irdene Schale darauf. In die wirft er mit dumpfem Murmeln Kräuterwerk. Dann fasst seine Hand einen Krug, der aus fremdem Holze gedreht ist, schöpft Wasser und sprengt es zur Erde. Ein sanftes Rosenlicht strömt still durch das Gemach und streift des alten gräuliches Gesicht. Das ist wie überströmt mit Blut die tiefen Falten graben schwarze Rinnen hinein und aus den Augen sprüht ein grünes Feuer. Verruchter Sünder, dein Bart ist grau, gefurcht von Runzeln ist dein Antlitz, verdurrt dein Leib, du sinnst doch Tag und Nacht auf lästerliche Taten. Und sieh, inmitten des Gemachs schwebt brauend eine weiße Wolke. Ein Freudenstrahl bricht aus des Zauberers Augen. Doch plötzlich steht er wie versteint mit aufgesperrtem Munde. Was sieht er, dass er kein Glied bewegen kann? Warum sträubt sich sein Haar vor sinnlos wildem Schrecken? Bannend schaut ein nie gesehenes Antlitz durch die Wolke zu ihm her. Ungebeten, ungerufen hat er sich zu Gast geladen. Diese Stirn und diese Brauen, diese Augen, diese Lippen sind ihm fremd. Nie ist ihm dies ernste Antlitz auf dem Lebensweg begegnet. Nichts, was Menschen schrecken könnte, liegt in diesen Zügen, dennoch schüttelt ihn das Grauen. Reglos sehen die fremden Augen durch die Wolke und die Wolke schwindet. Immer schärfer, immer klarer zeichnen sich des Geisterhauptes bleiche Züge. Seine strengen Augen bohren durch die Brust bis in die Seele. Weiß wie ein Laken ist er Zauberer. Aus seiner Kehle bricht ein Schrei. Hat er geschrien? Nein, die Stimme düngt ihm fremd. Zitternd stürzt seine Hand die Schale um. Er ist allein. Leer lastet im Gemach die Dunkelheit. Kapitel 11 Sei ruhig, Kind, ein Traum muss ja nicht gleich die Wahrheit sagen, sprach Gorobetz, der alte Oberst. Leg dich zur Ruhe, Liebste, so mahnte seines Sohnes junges Weib. Ich ruf die alte Kartenschlägerin, die kluge Frau. Sie weiß bescheid mit allen bösen Mächten. Sie weiß dir wohl ein Mittel gegen deine Angst. Fürchte dich nicht, rief das oberste Sohn und schlug an seinen Palasch. Dir soll kein Leid geschehen. Mit schwer bewölkter Stirn und trüben Augen vernahm Frau Katharina ihrer Freunde Trost und fand kein Wort. Sie trug ja selber Schuld an ihrem Unglück, hatte nicht ihre eigene Hand den Vater aus dem Verlies befreit. Und endlich sagte sie, Er lässt mir keine Ruhe. Zehn Tage bin ich nun bei euch in Kiew, aber mein Leid ist nicht um einen Tropfen kleiner. Ich habe geglaubt, ich könnte ruhig leben und meinen Sohn zum Rächer auferziehen. Furchtbar, furchtbar war die Gestalt, in der mein Vater im Traume zu mir trat. Gott halte solches Grauen in seiner Gnade von euch fern. Noch immer klopft mein Herz vor Schrecken. Er schrie, ich steche dir dein Kind tot, wenn du nicht mein Weib wirst. Katharina schluchzte und lief zur Wiege. Das Kind hob kläglich weinend die Hände zu ihr auf. Der Sohn des Obersten kochte vor Zorn. Da er das hörte, auch Gorobetz der Alte fuhr grimmig auf. Soll er es doch versuchen herzukommen, der Satan, der Verfluchte, dann merkt er bald, ob ich noch Kraft hab in den alten Kosaken Fäusten. Gott ist mein Zeuge, dass ich dem Bruder Burulbasch zu Hilfe eilte, was nur die Pferde laufen wollten. Aber es war in seinem Heiligen Rate so beschlossen. Ich fand den Freund schon auf das kalte Bett gestreckt, das vielen aus der tapferen Kosakenschar zum letzten Bette wurde. Aber hab ich ihm nicht ein üppiges Totenfest bereitet? Ist nur ein einziger von den Polacken lebend heimgekehrt? Sei ruhig, Kind, keiner krümmt dir ein Haar, solange wir beide leben, ich und mein Sohn. So sprach der Oberst und trat an die Wiege hin. Der Kleine sah die silberbeschlagene rote Pfeife und sah den blanken Feuerstahl, am Hals des Alten Hangen. Er streckte sein Händchen danach aus und lachte. Der schlägt nach seinem Vater, sprach der Oberst und gab dem Kind die Pfeife in die Hand. Liegt doch der Kerl noch in der Wiege, aber das Rauchen, das gefällt ihm schon. Katharina seufzte und schaukelte die Wiege. Sie kamen überein, die Nacht zusammen zu verbringen. Nach einer Weile schliefen alle. Auch Katharinen fielen von Müdigkeit die Augen zu. Still war es in Hof und Hütte. Nur die Kosaken, die die Wache hatten, schliefen nicht. Plötzlich fuhr Katharina mit einem wilden Aufschrei aus dem Schlummer und schreckte alle die anderen je empor. »Das Kind ist tot, er hat das Kind erstochen!« schrie sie und stürzte auf die Wiege. Die anderen standen im Ring um sie, vor Schreck zu steinerstarrt, da sie das Kind tot in der Wiege liegen sahen. Kein Laut kam über ihre Lippen. Jeder Gedanke schwieg vor dieser unerhörten Gräueltat. Kapitel 12 und das Ungarland und zieht sich weit hinunter zur Wallachai und bis nach Siebenbürgen. Berge von dieser Art kennt unsere Heimat nicht. Kein Auge misst sie aus und viele ihrer Gipfel betrat noch keines Menschenfuß. Siehst du sie an, so musst du glauben, es hätte sich bei Sturm das wilde Meer bis hierher Bahn gebrochen und seine himmelhohen Wellen seien zu Stein erstarrt. Oder sind diese Berge schwere Wolken, die aus der Höhe stürzten und nun wegversperrend auf der Erde lasten. Grau wie die Wolken ist ja dieser Berge kleid und ihre weißen Gipfel leuchten und funkeln hell im Sonnenschein. Bis an den Steinwall der Karpaten hörst du die Leute Russisch sprechen und auch noch hinter ihnen klingt wohl hie und da ein Laut der Heimat auf. Ziehst du dann weiter, so kommst du in ein Land mit anderer Sprache und von anderem Glauben. Hier siedelt an Menschen reich das Volk der Ungarn. Die sitzen nicht schlechter auf dem Pferd, die Fechtenden nicht schlechter, bechern auch nicht schlechter als das Kosakenvolk. Und locker sitzen ihnen in der Tasche die goldenen Dukaten, wenn es gilt für ihre Gäule feines Zaumzeug oder für ihren eigenen Leib ein kostbares Gewand zu kaufen. Weit und gewaltig sind die Seen dort im Bergland. Sie liegen reglos wie aus Glas. Klar spiegeln sich in ihrer Flut die nackten Gipfel und die grünen Wälder. Doch sieh, wer ist der Reiter, der dabei Nacht, mag sie von tausend Sternen funkeln, mag sie von Wolken schwer verhangen sein, ein Heer sprengt auf kohlschwarzem Ross. Wer ist der Recke von übermenschlicher Gestalt, der durch die Berge Jagd, in den das Wasser der Breiten Seen trägt. Die Fluten spiegeln sein und des Riesenrosses Bild, sein langer Schatten betastet still die grünen Hänge. Hell glänzt sein Goldtauschierter Panzer, auf seiner Schulter ruht der Speer, am Sattel klirrt das Schwert, der Helm ist aufgeschlagen, der schwarze Schnauzbart fliegt im Wind. Die Augen sind geschlossen, die Lieder zugedrückt, er schläft und führt im Schlaf die Zügel. Den Arm um seinen Leib geschlungen, sitzt hinter ihm sein Page auf dem gleichen Ross, ein kleiner Knabe, bleich und schön und tief im Schlaf wie er. Wer ist der Recke? Wohin führt sein Weg? Was treibt ihn wild durch des Gebirges Nacht? Wer mag das wissen? Er reitet nicht seit gestern erst und ehegestern. Bei Tag, wenn hell die Sonne scheint, hat ihn noch nie ein Mensch erblickt. Nur einen langen Schatten sieht dann wohl des Gebirgers augeflüchtig über die Hänge huschen und sucht am Himmel nach der Wolke, die ihn werfen könnte und findet keine Wolke, weit und breit. Doch für die Nacht die Dunkelheit herauf, dann zeigt sich dir des Reiters mächtige Gestalt. Die stillen Seen spiegeln klar sein Bild und zitternd jagt sein Schatten neben ihm dahin. Er sprengt von Berg zu Berg und reitet endlich den Kriwan hinan. Dies ist der höchste Berg in den Krapaten. Er hebt sich wie ein König über seine Brüder. Auf seinem Gipfel zügelt der Recke seinen Gaul. Noch fester wird sein Schlaf. Die Wolken sinken tief herab und hüllen Ores und Reiter ein. Kapitel 13 Leise, weib, klopf nicht so laut, mein Knabe schläft. Nun schläft das Kind. Es hat so lang geschrien. Ich will in den Wald gehen, weib. O, sieh mich nicht so an! Ich fürchte mich vor dir, aus deinen Augen riechen Zangen hervor. Zangen von Eisen, glühend rot. Hu, sind die lang! Du bist die Hexe, nicht? Nein, nein. Wenn du die Hexe bist, dann musst du fortgehen. Du stiehlst mir meinen Sohn. Der Oberst ist schön dumm. Er glaubt, ich kann in Kiew lustig sein. Nein! Hier ist mein Gemahl, hier ist mein Kind, und wer soll denn das Haus bewachen? Leis, leis, hab ich mich fortgemacht. Nicht Hund, nicht Katze haben es gehört. Jung werden willst du. Weib, das ist nicht schwer. Du musst nur tanzen. Sieh doch, wie ich tanzen kann. Katharina brach mitten in den wirren Reden ab und tanzte durch die Stube. Die Arme eingeschlemmt, verstört und blicks. Sie stampfte wimmernd mit den Füßen, doch ohne Takt und Regel klirrten die silbernen Hufeisen an ihren Hacken. Die aufgelösten schwarzen Flechten flogen ihr um den weißen Hals. Gleich einem bangen Vogel huschte sie hin und her und warf die Arme in die Luft. So elend sah sie aus, als müsse sie jeden Augenblick zusammenbrechen und aus dieser Welt entfliehen. Voll Trauer stand die alte Arme an der Tür. Die hellen Tränen rollten still durch die Runzeln ihrer Wangen. Gleich schweren Steinen lag es den treuen Burschen auf der Brust, da sie die Herren so erblickten. Und schon war Katharinens Kraft am Ende. Sie stampfte nur noch matt den Boden, sie kam nicht mehr vom Fleck und meinte doch zu tanzen. Ich hab ein Halsband, Burchen, rief sie zuletzt und ließ die Füße ruhen. Ätsch, ihr habt keins. Wo ist mein Vater? schrie sie dann wild und riß den Türkendolch aus ihrem Gürtel. Nein, nein, dies Messer taugt mir nicht. Ein schwerer Kummer trat auf ihr Gesicht, aus ihren Augen schossen Tränen. Meinem Vater sitzt das Herz tief drinnen, das Messer ist zu kurz. Aus Eisen ist sein Herz, die Hex hat es geschmiedet, an der Höllen Glut. Warum kommt denn mein Vater nicht? Weiß er denn nicht, dass seine Stunde naht? Ich muss ihn doch erstechen. Er möchte wohl, ich soll ihn suchen und... Sie brach ab und lachte herzzerreißend. Da fällt mir gerade die lustige Geschichte ein, wie mein Gemahl begraben wurde. Er lebte noch, als sie sein Grab zuschafelten. Ha, ha, hab ich da lachen müssen. Hört alle zu, hört alle zu. Und sie begann zu singen. In einem blutgen Wagen fährt der Kosak durchs Land. Zerschossen und zerschlagen das Schwert in kalter Hand, das Schwert schlug scharf und gut, drum fließt von ihm das Blut. Als roter Bach zum Sand, am Bach, da steht ein Baum. Ein Rabe sitzt darauf. Ach, Mutter, lass das weinen, du wächst den Sohn nicht auf. Dein Sohn hat sich erkoren, ein Fräulein, hochgeboren. Wie eng ist doch sein Haus, führt keine Tür heraus, kein Fenster in der Wand, lud eins der Fisch, die Krebsen zum Tanz, und wer mich nicht leiden mag, bleibt mir gewogen. So brachte sie allerlei Lieder wirr durcheinander. Zwei Tage sind es, daß sie wieder in ihrer Hütte haust. Sie will nichts mehr von Kiew hören, sie betet nicht, sie fliebt der Menschen Angesicht und streift vom Morgen bis in die Nacht unruhig durch den finstern Wald. Die scharfen Zweige ritzen ihr das Antlitz und die Schultern, die aufgelösten Haare wehen im Wind, das Herbstlaub raschelt unter ihren Tritten, sie hört nichts, sieht nichts, fühlt nichts. Zur Dunkelstunde, da das Abendrot verlosch und noch kein Stern am Himmel leuchtet, fürchtet sich jeder Christenmensch allein im Wald zu sein. An allen Bäumen kratzen, auf allen Zweigen schaukeln die Seelen der kleinen Kinder, die ungetauft gestorben sind, sie wimmern und sie kichern, sie wälzen sich in Knäueln auf den Wegen und im Gestrüpp. Und aus den Knäpperwellen hebt sich ein Licht der Reigen, das sind die Jungfrauen, die ihre eigene Seele getötet haben, in der Sünde Söld. Um ihre Schultern wehen grün die Haare und Wasser trieft aus dem Gelock zur Erde. Der Leib, der Nixe, schimmert durch das Wasser wie durch ein Hemd aus Glas. Betörend lacht ihr Mund, die Wangen glühen, die Augen locken und umgarnen dir das Herz. Sie brennt in Liebe, ihre Lippe lechzt nach deinem Kuss. Entflieh, getaufter Christ, wie Eis sind ihre Lippen, ihr Hochzeitsbette ist die kalte Flut, sie kitzelt dich zu Tod und zieht dich in das nasse Grab. Doch Katharina schenkt den Gespenstern keinen Blick. Ihr irrer Geist hat keine Furcht vor Nixen. Sie streift zur Nachtzeit durch den Wald und sucht die Hand um ihres Dolches Griff gekrampft nach ihrem Vater. In aller Morgenfrühe kam hoch zu Ross ein Fremdling auf den Hof. Es war ein stattlicher Kosak in rotem Rock. Der fragte gleich nach Herrn Danilo und bekam von seinem Todbericht. Dann wischte er die Augen mit dem Ärmel und ließ betrübt die Schultern hangen. Der selige Burulbasch und er, sie hätten gegen Türken und Tartaren zusammen manchen blutigen Strauß gekämpft. Ja, damals hätte niemand daran gedacht, dass es mit Herrn Danilo gar so früh ein Ende nehmen könnte. Noch mancherlei aus jener Zeit erzählte der Fremde und begehrte zum Schluss auch seines toten Freundes Gemahlin zu begrüßen. Frau Katharina ließ ihn im Anfang reden und hörte gar nicht zu. Doch plötzlich hob sie den Kopf so hell und wach, als sei sie bei Verstand. Der Gast erzählte, wie er mit Herrn Danilo Blutsbruderschaft geschlossen und wie sie beide sich einmal hinter einem Damm vor den Tartaren hätten bergen müssen. Frau Katharina lauschte und wendete kein Auge von seinem Mund. Ja, sie kommt wieder zu sich, dachten die Kosaken. Der Fremde macht sie gesund, sie hört ihm zu, als wäre sie bei Verstand. Nun aber erzählte der Gast, es hätte einst in einer vertrauten Stunde Danilo Buhlbasch zu ihm gesagt. Hör, Koprian, mein Freund und Bruder, wenn es einst Gottes Wille ist und ich bin nicht mehr auf der Welt, dann führe du, mein Weib, in deine Hütte und lass sie deine Gattin sein. Da brach ein jäher Strahl von Haß aus Katharinens Augen und traf den fremden Mann. Ja, schrie sie, ja, er ist, es ist mein Vater. Sie riß das Messer aus dem Gürtel und stürzte sich auf ihn. Es war ein schweres Ringen, bis er den Bolch aus ihrer Faust gelöst. Dann hielt er ihn, er holte aus und grauenvolle Tat, der eigene Vater stieß seinem Irrenkind den Spitzen Stahl ins Herz. Der bleiche Schrecken hatte den Kosaken die Kraft gelähmt. Nun sprangen sie herzu und wollten den Mörder greifen, jedoch der Zauberer saß schon zu Roß. Und er war fort, sie sahen ihn nicht mehr. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Furchtbarer Rache von Nikolaj Vasiljevic Gogol Übersetzt von Kurfitz Holm Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Wunder Seltsam und unerhört geschah zu Kiew Der ganze Adel und die Hohenherren strömten vor's Tor Dies Wunder an zu staunen. Das Menschenauge sah auf einmal rings ins Grenzenlose. Fern gegen Süden blaute die Lagune der Dneprmündung und weiter draußen wogte das Schwarze Meer. Leute, die dort gewesen waren, erkannten auch die Grimm. Die einem Berg gleich aus dem Wasser stieg, erkannten jenseits der sumpfigen Landbrücke, die von dem Festland zur Grimm hinüberführt, das faule Meer. Gen Westen aber sah man das Land Galizien. Und was ist das? So fragte das Volk die klugen Leute und zeigte auf einen Zug von blauen, grauen, weißen Kuppen, die fern am Himmel dämmerten und fast wie Wolken aussahen. Das sind die Karpaten, sprachen die klugen Leute. Auf vielen dieser Berge schmilzt nie der Schnee. Die Wolken legen sich auf ihre Kuppen nieder und schlafen dort zur Nacht. Doch nun geschah ein neues Wunder. Über dem höchsten Berg zerriß der Dunst. Und auf dem Gipfel saß hoch zu Roß in voller Rüstung ein Recke mit geschlossenen Augen. So deutlich sah ihn jedermann, als könnte er ihn greifen. Da schwank sich mitten in der Menge die staunend und erschrocken stand ein Mann auf seinen Gaul. Er warf entsetzte Blicke um sich und jagte in gestrecktem Galopp davon. Es war der Zauberer. Er hatte unter dem Helm des wundersamen Ritters zu seinem Grauen das Gesicht erkannt, das sich bei seinen Teufelskünsten ungerufen einst zu Gast geladen hatte. Er wusste selber nicht, warum dies Bild ihm so die Glieder schlottern ließ. Er wagte sich nicht umzusehen und spornte seinen Gaul zu wilder Flucht, so lange bis es Nacht war und die Sterne hell am Firmamente funkelten. Da endlich zog er den Zügel an und kehrte um. Er wollte heim und wollte die höllischen Gewalten fragen, welch ein Geheimnis sich hinter dem Wunder bag. So kam er an ein Bächlein, das seinen Weg durchquerte. Vor diesem Bächlein scheute der Gaul. Er stand, er wendete den Kopf nach seinem Herrn und lachte. Grässlich grinsten ihn die großen weißen Zähne aus dem Dunkel an. Dem Zauberer stieg das Haar zu Berg. Ein Röcheln brach aus seiner Kehle. Er schluchzte ohne Halt und jagte, angstgepeitscht, auf Kiew zu. Verfolger drohten ihm von allen Seiten. Die Bäume drängten sich zu finsteren Dickichten zusammen. Sie nickten geisterhaft mit schwarzen Bärten, sie streckten lange Zweige nach ihm aus, ihn zu erwürgen. Die Sterne huschten vor ihm her und deuteten auf ihn, dass jedermann den Bösewicht erkenne. Die Straße selber hängte sich an seine Fersen und jagte treuend hinterdrein. Verzweifelt spurnte der Zauberer seinen Gaul. Ihn trieb die wilde Angst nach Kiews heiligen Städten. Kapitel 15 Einsam beim Licht des Lämpchens saß ein frommer Büßer in seiner Höhlenzelle und las im heiligen Brevier. Seit vielen Jahren hauste schon der Alte in dieser Höhle. Er hatte sich den Sarg aus Eichenbrettern längst gezimmert und schlief darin zur Nacht. Der Büßer schlug das Buch zu und ließ sich auf die Knie nieder zum Gebet. Da stürzte ein Mann zur Tür herein, der war gar seltsam und entsetzlich anzusehen. Der heilige Büßer sprang auf und wich erschrocken an die Wand. Der Fremde zitterte an Leib und Gliedern wie Espenlaub. Wild schielten seine Augen, in denen bleich ein grünes Feuer klomm. So häßlich war sein Gesicht, das einen das Grauen davor packen konnte. »Bete für mich, hochwürdiger Vater«, schrie er mit Angst verzerrtem Mund, »bete für meine arme, sündige Seele!« Er warf sich auf die Erde. Der heilige Büßer schlug ein Kreuz. Er faßte sein Trevier, doch kaum, dass er hineingesehen, fuhr er entsetzt zurück und ließ es fallen. »Verruchter Sünder! Nein, du findest in alle Ewigkeit nicht Gnade! Heb dich von hinnen! So wahr ein Gott lebt! Nein, ich kann für dich nicht beten!« »Du willst noch nicht!« so schrie der Sünder in fürchterlicher Wut. »Sieh her! Die heiligen Lettern in meinem Buche triefen von rotem Blut. Ein schlimmerer Sünder als du hat nie in dieser Welt gelebt.« »Ich sag dir, Vater, sieh dich vor und lass das dumme Lachen über mich!« »Heb dich von hinnen, Gott verfluchter Sünder! Wie sollte ich denn lachen über dich? Ich habe Furcht vor dir, denn unter einem Dach mit dir zu sein tut keinem Christen gut.« »Was redest du? Ich seh doch, wie du lachst, ich seh dich, wie du die Läfzen verzerrst und deine alten Zähne bläckst!« Er stürzte sich wütend auf den heiligen Mann und schlug ihn tot. Ein schweres Stöhnen heulte durch die Nacht. Weit über Wald und Flur trank dieser laut. Hinter dem Wald erhoben sich dürre Hände mit langen Krallen und Reuten in der Luft und schwanden. Der Zauberer fühlt keine Furcht mehr, jedes Gefühl in ihm ist ausgelöscht, in eine dumpfe Ohnmacht eingelüllt, es saust ihm in den Ohren, in seinem Kopf brummt es wie beim Erwachen aus einem schweren Rausch. Was seine Augen sehen, dünkt ihn mit grauem Spinnweb überklebt. Er steigt auf seinen Gaul und lenkt ihn in den Weg nach Kaneph. Von dort soll dann die Reise weitergehen zu den Tataren in der Krim. Was er da will, das weiß er selber nicht. Er reitet einen ganzen Tag, den zweiten. Kaneph erscheint noch immer nicht am Horizont. Es ist der rechte Weg. Er reitet mehr als lang genug. Von Kaneph zeigt sich keine Spur. Nun tauchen in der Ferne Kirchenkuppeln auf. Dies aber ist nicht Kaneph. Das ist Schumsk. Staunend erkennt der Zauberer, dass er falsch geritten ist. Er wendet seinen Gaul und sprengt die Straße zurück. Er will nach Kiew heim. Am nächsten Tag erblickt er wieder eine Stadt. Doch ist nicht Kiew. Es ist Talitsch, ein Ort, der weiter noch von Kiew liegt als Schumsk. Dicht an der Grenze schon des Ungarlandes. Der Zauberer weiß nicht, was er tun soll. Er wendet wieder seinen Gaul und wieder spürt er, dass er abermals in falscher Richtung reitet. Er mag sich drehen, wie er will. Sein Weg führt immer gerade aus. Kein Mensch auf blicken. Er würde vor Entsetzen nicht eine Nacht mehr schlafen und niemals wieder lachen. Es ist nicht Wut, nicht Angst, nicht grimmiger Verdruss, was ihn erfüllt. Die Menschensprache hat kein Wort dafür. Es brennt und kocht in ihm. Am liebsten zerstampfte er die ganze Erde unter den Hufen seines Gauls. Am liebsten ersäufte er das Land von Kiew bis nach weiß nicht was es ist. Ein Schlottern schüttelt seine Glieder, da er dicht vor sich den Bergwall der Karpaten zieht. Der höchste von den Bergen, der Kriwan, trägt auf dem Scheitel eine Wolkenmütze. Das Pferd greift schneller aus und galoppiert bergan. Mit einem Ruck zerreißt die Nebelwand und oben auf dem Gipfel steht groß, stolz und streng der Reiter. Der Zauberer will halten. Er reißt mit aller Kraft am Zügel, doch höhnisch wie er der Gaul. Er schüttelt die Mähne und sprengt gestreckten Laufes auf den Ritter zu. Dem Zauberer gefriert das Herz. Das Steinbild rührt sich, schlägt die Augen auf, es sieht den Zauberer nahen, es lacht. Gleich einem Donnerrollen kracht dies wilde Hohngelächter hart von Fels zu Fels und dringt dem Zauberer durch Herz und Eingeweide. Ihm ist, als sei ein ungeheurer Riese in ihn hineingekrochen und Schlüge mit gewaltigem Hammer wilde Wirbel auf seinem Herzen und auf seinen Adern. So fürchterlich halt das Gelächter in ihn wieder. Der Ritter packt den Zauberer in seiner steinharten Faust und hält ihn weit in die Luft hinaus. Der Zauberer stirbt vor Schrecken und reißt im Sterben weit die Augen auf. Doch er ist tot und hat den Blick der Toten. So fürchterlich stirrt keiner, der da lebt, keiner, der auferstehen wird. Und seine toten Augen stieren weit ins Land und sehen andere Tote aus den Grüften steigen in Kiew, in Galizien und den Tälern der Karpaten. Und diese Toten alle gleichen dem Zauberer wie ein Wassertropfen dem anderen gleicht. Pfahl weiß, der eine größer als der andere, der eine dürrer als der andere, umringen sie den Ritter, der seine schauerliche Beute hoch in der rechten hält. Und wieder lacht der Ritter donnernd und schleudert den Zauberer in den Abgrund. Die Toten alle springen ihm nach, sie fallen in der schwarzen Tiefe will aus der Erde steigen. Doch stemmt er sich umsonst, ihm fehlt die Kraft, er ist zu groß geworden unten im Erdenschoss. Vermöchte er es aufzustehen, zu Schutz zerfiele der Karpatenwall und Siebenbürgen und das Türkenland. Wenn er sich nur ein wenig rührt, dann wankt die Erde, viele Häuser stürzen ein, und Menschen ohne Zahl verderben in den Trümmern. So manches Mal vernimmt der Wanderer im Gebirge ein schrilles Sausen, wie wenn die Räder von tausend Mühlen durch das Wasser lernten. Der Laut kommt aus dem bodenlosen Abgrund, das Tiefe noch kein Menschen Auge maß, an dessen Rand sich niemals eines Menschen Fuß gewagt. Das sind die Toten, die dort unten am Leichnam des verruchten Sauberers fressen. So manches Mal geschieht es in dieser Welt, das unvermutet unsere Erde von einem Ende bis zum anderen bebt. Gelehrte Männer wollen uns erzählen, es stünde unten irgendwo am Meer ein Berg, aus dessen Gipfel Flammen schlügen und Feuerströme flossen, und von dem Berge käme es. Die alten Leute aber im Ungarland und in Galizien wissen besser Bescheid. Der Tode, der da unten in der Erde zu so gewaltiger Größe wuchs, will aus dem Grabe steigen, und das macht die Erde beben. Kapitel Es war in Kluchow, der Stadt, da umringte einmal das Volk einen alten Pandoraspieler. Wohl eine Stunde lang standen die Leute und lauschten dem lieblichen Sange des Blinden. Noch niemals war ein Pandoraspieler nach Kluchow gekommen, der es also verstand, das Volkesherz zu Brücken mit schönen Weisen und wundersamen Geschichten. Die alten Tage, pries er zuerst, da noch Sageidatschny Hittmann gewesen, in der Dapfach Melnitzki. Das waren andere Zeiten als heute. Hell glänzte der Ruhm der Kosaken, sie stampften den Feind unter die Hufe der wackeren Gäule. Da hätte es keiner gewagt, des Grenzlands zu spotten. Auch lustige Lieder wusste der Alte, und seine Augen streiften des Volkes Gesichter, als wären sie sehend. Die Finger ließen die Knochenstäbchen über die Seitenschwirren, gleich Flinken fliegen. Man mochte meinen, die Saiten tönten von selber. Im Kreis stand das Volk, die Alten hielten die Häupter gesenkt, die Augen der Jungen hingen heiß an den Lippen des Sängers, und keiner wagte zu flüstern. Hör zu ihr Leute, so sprach der Blinde, was jetzt ich singe, das hat sich zugetragen in alten Zeiten. Die Menge drängte sich dichter um ihn, der Pandora-Spieler begann. Unter der Herrschaft Stephans, des Fürsten von Siebenbürgen, der auch König von Polen war, lebten einst zwei Kosaken. Ivan hieß der eine, Pietro der andere. Wie zwei Brüder, so lebten die Kosaken zusammen. Hör mich, Ivan, was der eine erbeutet, das teilen wir beide zu gleichen Teilen. Des einen Freude soll sein, des anderen Freude, des einen Leid sei des anderen Leid. Macht einer Beute, so gibt er dem anderen die Hälfte. Wird einer gefangen, so gibt der andere all seine Habe als Lösung. Und löst er ihn nicht mit all seiner Habe, dann gibt er sich selber gefangen. Wie Pietro gesprochen, also geschah es. Was die Kosaken erwarben, sie gaben dem Bruder die Hälfte. Führten sie Vieh oder Rosse als Beute, die Hälfte gehörte dem Bruder. Einmal geschah es, dass König Stefan im Krieg lag gegen den Türken. Drei Wochen schon schlug er sich mit dem Türken und wurde seiner nicht Herr. War da im türkischen Heere ein Pascha, der war so tapfer, dass er allein mit zehn Janitscharen ein Regiment in die Pfanne hieb. Darum tat König Stefan den Seinen zu wissen. Wenn ein Tapferer sich fände, der diesen Pascha tot oder lebend vor sein Angesicht brächte, dem versprach er für sich allein so viel sold, wie ihn das ganze Heer zusammen bekam. Bruder Pietro, wir gefangen den Pascha, sprach der Ivan, und die Kosaken machten sich auf, zur Rechten der eine, der andere zur Linken. Wer mag es wissen, ob nicht auch Pietro den Pascha gefangen hätte? Der ihn aber den Hals in der Schlinge gefesselt zum König brachte, war sein Bruder Ivan. Wackerer Held, sprach König Stefan, und gab ihm allein so viel Sold, wie ihn das ganze Heer zusammen bekam, und befahl ihm unzählige Joche fruchtbaren Landes zu geben, da, wo er es selber begehrte, und wie so viel er sich wünschte, und als Ivan den fürstlichen Sold empfangen, gab er die Hälfte von allem dem Bruder Pietro. Der nahm die Hälfte vom Solde des Königs, aber der Neid fraß in ihm, weil Ivan die Ehre allein gewonnen, er wälzte heimliche Rache den Bergen, die man Karpaten heißt, der König verliehen. Hinter Ivan saß auf dem Rosse sein kleiner Sohn, den hatte er an sich gebunden, es wurde schon Nacht, sie ritten und ritten, der Knabe schlief, in Schlummer versank auch Ivan, schlaf nicht, Kosak, im Gebirg gibt es schwindelige Wege, ach was, der Kosak traut dem tüchtigen Gaul, der seinen Weg schon allein weiß, er strauelt niemals und macht keinen Fehltritt. Ein Abgrund liegt in den Bergen, das Boden hat noch kein Auge erblickt, so hoch es zum Himmel ist von der Erde, so tief geht's hinunter in diesen Abgrund. Der Pfad läuft dicht am Rande des Abgrunds, zwei mögen dort nebeneinander reiten, für einen dritten ist es zu eng. Sichernden Fußes trat nun der blickte sich um, ob keiner es sähe und stieß den Bruder, den selbst erwählten, hinab in den Abgrund. Ross, Reiter und Knabe stürzten hinab in die Tiefe. Aber Ivan erhaschte im Fallen schnell einen Dornstrauch und konnte sich halten. Nur der Gaul allein schlug unten zerschmetter zu Boden. Der Kosak klomm wieder zum Rande empor, den Sohn auf dem Rücken. Fast war er oben, da hob er die Augen und sah, dass Pietro die Lanze packte, ihn wieder hinunter zu stoßen. Gott, du Gewaltiger und Gerechter hätte ich meine Augen doch niemals erhoben, sehen muss ich, wie der erwählte Bruder zur Lanze greift, mich wieder hinunter zu stoßen. Geliebter Bruder, stoß mich mit der Lanze, wenn mir das einmal bestimmt ist. Aber nimm meinen Sohn, was tat der schuldlose Knabe, dass er solch furchtbares Ende verdiente. Pietro lachte und stieß mit der Lanze nach ihm, Ivan und der Knabe stürzten hinab in den Abgrund. Pietro aber raffte des Bruders Güter an sich und führte ein Leben, als sei er ein Pascha. Zahllos waren die Rosse in seinen Herden, zahllos die Schafe und Hammel auf seinen Weiden, doch einmal musste er sterben. Da nun Pietro sein Ende gefunden, entbot der Herr unser Gott die Seelen der beiden Brüder, die Seelen Pietros und die Seele Ivans vor seinen Thron zum Gericht. Ein großer Sünder ist dieser Mensch, sprach Gott, ich finde keine Strafe für ihn, bestimme du selbst ihm die Strafe Ivan. Ivan sann lange, welche Strafe er sich von Gott für Pietro erbitten solle. Und endlich sprach er, die schwerste Kränkung tat mir dieser Mensch, wie Judas friet er den eigenen Bruder. Er stahl mir mein edles Geschlecht und meinen Samen auf Erden. Ein Mensch ohne Kinder und Kindeskinder ist wie ein Saatkorn, das ausgesät wird und unnütz im Boden verfault. Es geht nicht auf und trägt keine Frucht und keiner weiß, dass das Saatkorn gesät wird. Gieb Herr, Pietros Same kein Glück kennt auf Erden. Der letzte seines Geschlechtes soll ein Bösewicht sein, so schlecht und verrucht, wie es noch keinen gab in der Welt. Jedes Verbrechen, das er begeht, soll seinen Ahnen und Urahnen die Ruhe des Grabes rauben, soll sie zwingen, in unerhörten Qualen aus ihren Grüften zu steigen. Pietro aber, der Judas, soll nicht die Kraft haben, aus seinem Grabe zu steigen, tausendfältig soll er die Qual der anderen erdulden, erde fressen soll er, wie Rasen und sich Winden und Krümmen vor Pein. Es kommt dann die Stunde, da das Maß der Verbrechen jenes letzten aus seinem Stamme erfüllt ist, Dann erhöhe mich aus dem Abgrund, da rein er mich stürzte, mit meinem Ross auf den höchsten der Berge. Zu mir kommen soll dann der letzte Sündenspross und ich will ihn vom Gipfel des Berges hinunterschleudern zum tiefsten Abgrund und alle die Toten die Ahnen und Urahnen dieses Verbrechers wo in der Welt sie auch bei Lebzeiten hausten sollen gewimmelt kommen in Scharen von allen Enden der Erde und sollen sich wütend über den Stürzen und ihre Zähne in seinen Leichnam schlagen zur Strafe für alle die Qual die sie durch seine Sünden erlitten ewig sollen sie an ihm fressen und ich will ewig lachen zu seiner Pein Pietro aber der Judas soll nicht Kraft haben aus der Erde zu steigen um an dem Leichnam des Sünders zu fressen fressen soll er an seinem eigenen Leichnam und seine Knochen sollen in Ewigkeit wachsen wachsen ohne Ende und Ziel auf das sein Schmerz noch gewaltiger werde diese Qual wird ihm die furchtbarste sein denn es ist keine schlimmere Qual auf Erden als Brennen vor Rachsucht und nie die Rache erfüllen furchtbar Mensch ist die Strafe die du ihm erdacht ist sprach Gott unser Herr alles soll so geschehen wie du gesagt hast aber auch du sollst ewig dort sitzen auf deinem Rosse nimmer eingehen sollst du zu mir in mein himmlisches Reich die weil du da sitzt auf deinem Rosse und wie es gesagt wird so ist es geschehen noch heute sitzt auf dem höchsten berg der karpaten der gewappnete recke im sattel er sieht in den tiefen des schwarzen abgrundes die toten am leichnam des zauberers fressen er spürt es wie unten im erden schoße ein leichnam wächst wie er in furchtbarer qual an den eigenen knochen frisst und wie die Erde erbebt wenn er sich leise nur rührt zu Ende war das blinden sängers lied er stimmte die pandora neu und hob mit lustigen liedern an von Roma und Jiroma sang er und auch von Steclia Stecosa die Alten und die Jungen aber standen noch lange gesenkten Blickes wie im Traum auf ihren Seelen lag mit schwerem Druck die grauenvolle Tat aus alten Tagen Ende von Abschnitt 4 Ende von Furchtbare Rache von Nikolai Vasiljevic Gogol Übersetzt von Kurvitz Holm K First K K K Untertitelung des ZDF, 2020